Mein Highlight 2014 ist Oliver. Ich bin über einen Maulwurzügel gestolpert und habe mir den Fuß gebrochen. Ich habe in einem sehr berührenden Doppelinterview mit einem Israeli und einem Palästinenser erfahren, wie unterschiedlich zwei Menschen ein und dieselbe Sache sehen können. Auch 2014 ist meine Diplomarbeit wieder nicht fertig geworden. Ich bin Klassensprecherin geworden und ich Klassensprecher-Stellvertreter. 2014, das waren vier Goldene für Österreich in Sochi und das war die Fußball-WM mit dem sensationellen 7 zu 1 der Deutschen gegen Brasilien. Ich habe dieses Jahr geheiratet und das erste Kind ist unterwegs. Heuer bin ich fünf Zentimeter größer geworden. Warte auf nächstes Jahr. Statistisch gesehen ist der Sommer 2014 unter die ganz Warmen einzureihen, aber subjektiv, naja, wir haben es ja erlebt. Für mich ist dieses Jahr nichts passiert. Ich habe zu meinem Geburtstag ein neues Siebel bekommen. Heuer sind wir 25 Jahre zusammen. Also ich schaue lieber vor als zurück 1. Jänner 2015 Neuhauskonzert. Ich hatte die erste Gipshand meines Lebens. In dem Jahr habe ich ganz gut die Note geschickt. Heuer werde ich Urgroßvater. Einer der Höhepunkte des Jahres war mit Sicherheit, dass wir den Eurovision Song Contest gewonnen haben. Ich habe zum Rauchen aufgehört am 18. Juli. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal am Wiener Oper. Ja, ich bin heuer Uroma geworden. 2014 habe ich wahnsinnig viel gefeiert. Ich habe meinem Kind ein Pony geschickt. Ich habe mich dieses Jahr verliebt. Ich wäre mein nächstes Haus gebaut. Ich habe endlich Radfahren gemacht. Ich habe heuer geheiratet. Ich werde Tante. Ich habe zwei Kotzenkrebs. Ich bin befeiert worden. Dieses Jahr. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin ein großes Jahr. Das alles zeigt uns ein sehr bewegtes Jahr. Ich bin 32 Jahre alt. Guten Abend. Danke. Oh, danke schön. Danke. 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 Herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick. Gemeinsam mit Ihnen schauen wir heute zurück auf die Momente 2014, die uns bewegt haben. Und zwar gemeinsam mit den Menschen, die Sie erlebt haben. Und ich freue mich auf wirklich tolle Gäste. Heute Abend für Sie bei uns Conchita Wurst und Nassar. Wir haben tolle Sportler eingeladen. Julia Drümovic, Mali Schild und Thomas Morgenstern. Ich freue mich sehr auf Außenminister Sebastian Kurz und zwei frischgepackene Weltmeister, nämlich Niki Lauda und Toto Wolf. Und was wäre eine Show 2014 ohne Larissa Marold? Also natürlich auch mit Larissa Marold. Viele andere mehr. Und unter anderem natürlich auch Gerda Rodgers. Ich habe sie schon gesehen. Guten Abend, Frau Rodgers. Und Sie erinnern sich sicherlich, letztes Jahr bei unserem Jahresrückblick, da hat Gerda Rodgers einen Blick auf das Jahr 2014 geworfen und in die Sterne. Jetzt schauen wir doch einmal, wie brav die Sterne waren und ob sie auch getan haben, was Frau Rodgers prognostiziert hat. Die Stiere sind momentan ein bisschen in einer schwierigen Saturnphase. Geht alles sehr langsam. Haben momentan ein bisschen alles zurückgelassen. Trennungen sind im Neubeginn. Ja, gar nicht schlecht. Ernst Strasser wurde heuer zum Beispiel zu drei Jahren Haft verurteilt. Das kann man durchaus als Neubeginn bezeichnen. Punkt für Frau Rodgers also. Dann kommen jetzt die Zwillinge, die sind schon auf Erfolgskurs. Beruflich, wirklich top da. Der nächste Volltreffer, Olympia Gold für die Zwillinge Anna Fenninger und Matthias Mayer und Roxane Rapp, wird zum Dancingstar. Alle drei waren also 2014 mehr als erfolgreich. Dann kommen die Skorpione, da waren schon viele Änderungen, sind in der absoluten Neuorientierung, Neufindungsphase, machen große Entwicklungen durch. Ja, man verabschiedet sich von vielen. Schön formuliert. Und auch zutreffend bei Hannes Karnik, der sich gleichzeitig von seiner Fußfessel und damit auch von seiner Freiheit verabschiedet hat. Thomas Morgenstern verabschiedet sich vom Skizirkus und Richard Lugner verabschiedet sich, heuer gewohnt medienwirksam, von seinem Dasein als Junggeselle. Steinbucke hat es auch etwas sehr, sehr schwierig. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute mitteilen, dass ich mit dem heutigen Tag von all meinen Ämtern in der Partei und in der Bundesregierung zurücktrete. Ja, kein leichtes Ja also für die Steinböcke, also wie es scheint. Aber der Steinbucke steht alles durch, da kann nichts passieren. Na Gott sei Dank, wiewohl sich unsere Sorge in dem Fall ohnehin in Grenzen gehalten hat. Und wie sah es bei den Löwenheuer aus? Liebe Löwen, Geduld, drei Schritte zurück, auch viele Trennungen momentan die Löwen. Und wieder richtig vorausgesagt, zumindest im Fall des Löwen Franz Welser-Möst. Der trennte sich 2014 von der Wiener Staatsoper, zum Schluss noch die Wassermänner bitte. War natürlich in der Jupiterphase, Glücksphase, die ziehen jetzt unter Maß gewaltig nach. Ändert sich auch das Leben enorm. Absoluter Volltreffer zum Abschluss, Frau Rodgers, zumindest aus der Sicht des sehr prominenten Wassermannes Joachim Löw. Dessen Leben hat sich tatsächlich enorm geändert. Er ist jetzt Fußball-Weltmeister. Jetzt sind wir natürlich umso mehr gespannt, was die Sterne für 2015 voraussagen. Gerda Rodgers wird diesen Blick in das kommende Jahr natürlich noch heute Abend für uns werfen. Allerdings brauche ich Sie jetzt nicht unbedingt, um vorauszusehen, was als nächstes kommt. Wir bleiben bei Stars, bei Sternen. Und was für welchen? Im Februar dieses Jahres haben Sie uns Österreicherinnen und Österreicher sehr stolz gemacht. Bitte begrüßen Sie mit mir sehr, sehr herzlich. Sozusagen frisch von den Olympischen, oder einigermaßen frisch von den Olympischen Winterspielen in Sochi. Mit Ihrer Olympischen Goldmedaille, die Snowboarderin Julia Durmovitz. Mit Olympischen Silber, Malis Schild und mit Team Silber, Thomas Morgenstern. Jetzt ist mal. Bissst du wohin, oder? Ähm, ich glaube Julia ganz gut. Bitte. Schön, dass ihr da seid. Darf ich einmal? Gerne. Möchtest du, ich zitter? Mit den Anfingern halten ist es wahrscheinlich recht schwer. Nicht stark genug. Danke ganz herzlich fürs Kommen. Willkommen bei uns in der Show. Hallo, das Jahr 2014. Ihr teilt alle miteinander eine wunderschöne gemeinsame Erfahrung. Ihr wart alle in diesem so beliebten russischen Kurort Sochi. Jetzt würde ich gerne wissen, würdet ihr da privat vielleicht auch nochmal hinfahren? Ja, vielleicht wenn weniger Staub ist, aber so als Kurort würde es jetzt nicht sehen. Vielleicht um Erinnerungen aufleben zu lassen. Wobei, ich muss schon sagen, es war, wie bei allen Befürchtungen, die Spiele waren absolut okay. Ja. Ich bin auch rechtfrieden, muss ich sagen. Vom optisch nett sein her. Aber die Spiele selber waren echt cool und waren sicherlich auch eine der Schönsten, was ich so jetzt erlebt habe. Bilder, an die wir uns noch lange erinnern werden. Obwohl es aus heutiger Sicht schwer vorstellbar ist, aber Anfang dieses Jahres war Russland tatsächlich höflicher und erfolgreicher Gastgeber eines Welt-Events. Zugegeben, das Klima in Sochi erinnerte eher an eine Mittelmeerinsel als an einen Wintersportort. Dafür war der Belag beim Einzug der Athleten offenbar nicht ganz eisfrei. Der fünfte Olympische Ring bei der Eröffnungsfeier wollte nicht so richtig erstrahlen und offenbar dürfte, dabei sein ist alles auch das Motto der russischen Bauarbeiter gewesen sein. Aber selbst die Betroffenen konnten sich schließlich über die kleinen Pannen amüsieren und sich voll und ganz auf das konzentrieren, wofür sie eigentlich nach Sochi gekommen waren. Medaillen holen. Das galt natürlich auch für Österreichs Athleten. Allen voran Dominik Landetinger, der schon am ersten Tag für eine riesen Überraschung sorgte. Silber im Biathlon-Sprint der Herren. Damit war vorab nicht zu rechnen und es sollte der Beginn einer regelrechten Silber-Welle für Österreichs Athleten und Athletinnen werden. Achtmal holte sich Österreich in Sochi das zweitwertvollste Edelmetall, was manchmal eine sehr positive Überraschung gewesen ist. Wie zum Beispiel im Skispringern der Damen. Silber ist der Hammer und ja, da kann man voll. Aber hin und wieder hatte man sich schon eine Goldene erwartet, wie zum Beispiel im Teamspringern der Herren. Dass diese Silberne obendrein sogar die einzige Medaille der Adler bleiben würde, damit hätte wohl vorab niemand gerechnet. Die groß ist die Enttäuschung jetzt nach diesem ersten Überraschung? Ja, ich glaube, wir machen keinen Tag, wir sind mehr. Das schlechte Abschneiden der Skispringer war eine der ganz großen Enttäuschungen von Sochi. Dass man mit Selbingen in einem so großen Bewerb auch als Wintersport-Nation halt einfach rechnen muss, haben auch diese Spiele wieder gezeigt. Niki Hosp wurde in der Damenabfahrt neunte und war damit trotzdem noch die beste Österreicherin. Und die Rodler Penz und Fischer verschenkten sogar eine bereits sicher geglaubte Medaille. Ja, dummer Fehler. Johannes Dürr wurde positiv auf Doping getestet und disqualifiziert. Er hat mit seinem positiven Doping-Test für den größten sportlichen Skandal der Winterspiele in Sochi gesorgt. Und die so stark gestarteten österreichischen Eishokestars feierten nach einem Sieg über Norwegen bis in die frühen Morgenstunden in einer Disco und gingen danach 0 zu 4 gegen Slowenien unter. Und Tor! Es tut sehr weh. Ich bin wahrscheinlich einer der schlechtesten Verlierer. Ei, 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 ganz Peter, der Konter. Aber am Ende sind es ja Gott sei Dank dann doch die Heldengeschichten, die einem in Erinnerung bleiben. Und davon gab es bei diesen Olympischen Spielen gleich einige. Hier ist Matthias Meier. Jawohl, das ist gut, das ist gut! Komm, 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 komm! Ja, komm mal ein bisschen! Eieieieieiei! Matthias Meier holte völlig überraschend das erste Olympische Abfahrtsgold seit zwölf Jahren für Österreich. Und dass ich da jetzt auch ein ganz oben bin, ist unglaublich. Und nur wenige Tage später legte Anna Fenninger im Super-G nach. Boah, das ist stark! Schaut super auf! Schaut sehr gut aus Bravo an! Und es sollte noch besser kommen. Am vorletzten Tag der 22. Olympischen Winterspiele holte Österreich sogar Doppelgold. Und schrieb zweimal Sportgeschichte. Olympiasieger Mario Matt! Mario Matt holte Gold im Slalom und wurde damit zum ältesten Alpien-Goldmedaillensieger aller Zeiten. Heute ist ein Riesenziel in Erfüllung gegangen. Und Julia Dujmovic gewann im Snowboard-Parallelslalom das erste Mal in der Geschichte burgenländisches Olympia-Gold. Boah, ich kann's noch gar nicht glauben. Es ist wirklich... Ich check's grad gar nicht. Am Ende reist er Österreich mit sehr guten 17 Medaillen und Platz 9 im Medaillenspiegel nach Hause. Und wird somit in Zukunft gerne an diese Olympischen Winterspiele zurückdenken. Dass er mit Alice ja ausgeht ist einfach ein Traum. Dankeschön meinen Eltern. Dankeschön meinen Freunden. Dankeschön meine Fans. Und an den Trainer, die mich immer unterstützt haben. Ihr seid die Beste. Es ist echt unglaublich und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Thomas, du legst die Stirn so in Falken. Wollen wir jetzt schön reden. Die Adler haben sich sicherlich mehr erwartet von diesen Spielen. Ist dabei sein wirklich alles? Es kommt auf an. Für mich war heuer dabei sein wirklich alles, ja. Muss ich sagen. Also von dem her natürlich schon. Gesamt natürlich kann man immer mehr erreichen. Und wir waren auch gut aufgestellt am Anfang. Und hätten wir kennen mit ganz normal mit einer Goldmedaille. Zum Beispiel Michi Heiböck. Der war ja in genialer Form. Der hat das Training dominiert auf den Normalschancen. Es ist ihn halt im Wettkampf halt noch nicht aufgegangen. Ich glaube vierter, fünfter sind sie waren die Jungs. Der Dieter, Thomas und der Heiböck, Michi. Und ja, Gregor ist nicht gar so gut gelaufen dort. Und wir halt aufgrund gewisser Umstände halt natürlich auch nicht. Ja, ich persönlich kann damit leben. Und ich bin stolz darauf, dass wir schlussendlich die Silbermedaille gewonnen haben. Und das ist für mich sehr viel wert. Das ist ein bisschen die Ungerechtigkeit. Wenn man ein ganzes Volk so mit Erfolg verwöhnt, dann gewöhnt man sich halt auch wirklich dran. Das stimmt, ja. Du und die Malis, ihr seid quasi in diesem Jahr von eurer aktiven Karriere zurückgetreten. Malis, ich habe mir eine Pensionistin immer irgendwie anders vorgestellt. Hast du den Pensionsschock schon verwunden? Ja, also der Schock ist eigentlich gar nicht gekommen. Ich habe mir die Entscheidung schon reiflich überlegt, weil es ist doch meine Leidenschaft, das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Aber es hat für mich gut gepasst und passt nach wie vor gut. Und ja, fühle mich wohl in meinem neuen Leben. Du hast in den Interviews immer wieder gesagt, jetzt ist einmal quasi die Familie dran. Du weißt natürlich, was jetzt kommt. Denn ich frage mich, wie das funktionieren soll. Der Benni ist ja noch nicht wirklich zurückgetreten vom aktiven Sport. Nein. Wie läuft das jetzt? Bist du jetzt zu Hause und sagst, Benni, was ist los? Es ist 18 Uhr, du bist nicht mehr auf der Piste. Jetzt... Wie funktioniert das? Nein, so funktioniert das nicht. Natürlich ist er auch viel unterwegs. Ihr wisst das besser, aber das ist genau so, oder? Nein, das ist... Was soll ich jetzt sagen drauf? Die Wahrheit. Also im Zweifel fällt immer die Wahrheit. Ja, wenn er da ist, ist er da. Und wenn er unterwegs ist, dann passt das auch. Und ich habe das jahrelang gemacht. Und weiß, was es braucht. Aber ich freue mich natürlich, wenn er dann auch daheim ist. Wobei ich jetzt nur daheim sitzen und auf ihm warten tue ich eh auch nicht. Aber wir kommen dann schon immer irgendwie zusammen. Eine eindeutige Botschaft. Eine eindeutige Botschaft. Was machst du dann so? Was ich so mache? Ja? Wieso heimkommt? Jetzt sitze ich gerade bei dir. Da. Das wird ihm nicht gefallen. Nein, es war jetzt eigentlich seit meinem Rücktritt doch relativ viel los. Also ja, war doch auch einiges unterwegs. Aber ich freue mich jetzt wahnsinnig einmal einfach eine Zeit zu haben, wo es nicht mehr so stressig ist. Und wo ich vor allem, was für mich gut ist, den psychischen Druck, den man doch als Rennläufer hat, nicht mehr so zu haben. Und das genieße ich einmal. Und ich genieße es auch, meine Ex-Kolleginnen und Kollegen zuzuschauen und daumen zu drucken. Julia, du hast etwas Unglaubiges geleistet. Du kommst ja aus Österreichs Wintersportregion Nummer 1 in Burgenland. Das sehe ich schon auch so, ja. Absolut. Was ist da alles passiert? Ja, sehr vieles. Also es hat mal so begonnen, dass ein Riesenempfang war, wo ich heimgekommen bin. Und dann hat es in meiner Ortschaft nur extra Hallenfest nur für mich gegeben, wo mich auch irgendwie jeder berühren wollte. Und Autogramme, ganz klar. Also deinen Namen kannst du jetzt schreiben? Das funktioniert im Schlaf. Ja, ich habe lange geübt, jetzt schaffe ich es auch eigentlich. Da tun sich andere schwerer. Ich habe gehört, eine Straße ist nach dir benannt worden. Ja. Wo führen die hin? Es ist ein Laufweg, aber ich bin ja noch nie krank. Ist das eh keine Sackgasse? Ich hoffe nicht, nein. Wo geht es bei dir weiter? Ja, ich fliege morgen in der Früh nach Innsbruck und von dort weiter nach Solden. Und Weltcup-Start ist am 16. Den Rest weiß ich selbst noch nicht genau. Also das ist beim Snowboarden anscheinend nicht immer so fix, was passiert. Weil gestern haben wir E-Mails gelesen und haben gedacht, okay, wow, statt anrennen vier in fünf Tag. Okay, also ich fühle mich fit genug, dass ich den Weltcup vor Weihnachten so durchziehe. Ich wünsche dir noch viel, viel Edelmetall und euch beiden alles, alles Gute für die Zukunft. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Schönen Abend. Danke. 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 Vielen Dank. Danke. Danke, Herr letzte Mal. Wahlschuld und ausnahmsweise auch nicht die Gäste des Baumeisters, sondern es war das Treiben auf und vor der Oper, das die Menschen faszinierte. Tom Cruise in Wien war eines der großen Society-Themen dieses Sommers. Ein Sommer, in dem sich ein Trend unter den Superstars abzeichnete. Es wurde geheiratet und zwar selbst dort, wo man es gar nicht mehr für möglich gehalten hatte. Auf die Meldung warten wir ja seit 150 Jahren in Wahrheit. Gefühlt, gefühlt. Gefühlt, ja gefühlt. Sie haben in Ihrem Schloss in Frankreich geheiratet, in Südfrankreich. Da haben Sie ein ganz großes, riesiges Anwesen. Ein Monat später, im September, zog sogar Brad Pitt's Kumpel George Clooney nach. Und auch hier geschah vieles unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn auch nicht so erfolgreich wie bei Brangelina. Wahrscheinlich, weil man sich im Boden nicht so leicht verstecken kann wie in französischen Schlössern. Der begehrteste noch Junggeselle der Welt, George Clooney, heiratet an diesem Wochenende in Venedig seine Freundin Emel Alamedin. Österreichs berühmteste Society-Paar ist ja bekanntlich schon lange verheiratet. Trotzdem schaffen es die Beteiligten immer wieder in die Nachrichten. Jetzt ist es wieder einmal soweit. Am Montag sollte Grasser bei einem Zivilprozess aussagen. Gekommen ist er aber nicht, weil er an einer Lungenentzündung erkrankt sei, wie mein Kinderarzt auf der italienischen Insel Capri attestierte. Man kann es Karl-Heinz Grasser nicht verübeln, dass er, wenn überhaupt, nur topfit vor Gericht erscheinen wollte. Denn für Österreichs Prominenz waren die Gerichtssäle in diesem Jahr ein durchaus heißes Pflaster. Übrigens, auch in Sachen Prominente hinter Gitter kam die ganz große Schlagzeile 2014 aus dem Ausland. Drei Monate nach seiner Verurteilung hat heute Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß seine Haft angetreten. Doch zurück nach Österreich, wo man in diesem Jahr über zwei erfrischende Neuzugänge in der Society jubeln durfte. Beide übrigens weiblich jung und nicht vor Gericht. Kurz und gut. Einfach rundum erfreulich. Roxanne Rapp wurde im Mai überraschend zur Dancing-Star-Siegerin und wird als Society-Newcomerin 2014 nur von einer Dame übertroffen, die eine rekordverdächtig steile Karriere hingelegt hat. Larissa Marold begann das Jahr im Dschungel, holte sich kurz danach eine Romy ab und saß im Herbst in der Jury der größten Castingshow des Landes. Dabei blieb sie stets, wie sie sagen würde, unique. Ich hätte wahrscheinlich niemand gerechnet, am wenigsten ich, aber es ist mir eine Ehre und ich bin überwältigt. Überwältigt waren im heurigen Herbst auch diese beiden jungen Damen. Harfony gewann an die vierte Staffel der großen Chance und damit 100.000 Euro. Harfony aus Tirol. Mein Kinderarzt hat gesagt, ich soll nicht so viel sitzen, nur ich stehe gerne auf. Für die zwei, die mit ihrer eigenen Komposition heuer die große Chance in ORF1 gewonnen haben. Wir sind Harfony und Open Your Eyes. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 mein erster jury job bei der großen chance dann ich sage ich sage mal generell das jahr 2014 es ist so viel passiert und ich glaube ich habe in dem jahr auch eine entwicklung einfach so durchgemacht und wohin im positiven sinne hoffentlich ich habe mich weiterentwickelt habe viel dazu gelernt und es war sehr turbulent es war wild aber es war sehr prägend und ich bereue keine sekunde waren noch harte lektionen dabei ja zum beispiel ich mein erfolg bringt ja auch man muss ja auch viel opfer bringen und wirklich hart arbeiten mit vielen situationen zurechtkommen und privat muss man da also sprich was freundschaften angeht habe ich absolut weniger zeit gehabt in diesem jahr und privat leben schon etwas anders also bei der strecke auf der strecke geblieben aber dafür kann ich mich beruflich nicht beschweren es läuft blendend vielleicht werfen noch einmal einen kurzen blick in den rückspiegel ich glaube ich kenne die kärle die sind alle so eigen und komponierst du viele leder oder wie kamst du deine eigene komponisation 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 was hast du gesagt die war kurz vor pädophiles patrick egal was du genommen hast hast du das noch Der taucht mir! Moment, vielleicht runter oder so? Ich bin so süß! Der ist hübsch, ich hätte mir das auch gedacht. You got the look! Okay! Okay! Wahnsinn! Dankeschön! Und der Wahnsinn, er nimmt kein Ende. Ja, hoffentlich. Du musst dich auch oftmals mit Kritik auseinandersetzen. Im Internet gibt's oftmals Häme, böse Kommentare. Du wirkst immer so, als würde das alles an dir abperlen. Was war da in deiner Schulmilch drinnen? Warum macht dir das alles nichts aus? Kakao. Kakao? Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir gar nichts ausmacht. Natürlich kriegt man das ja auch mit. Aber ich sage mal, das gehört dazu. Und ich schätze auch und respektiere auch meine Kritiker. Und ohne die wäre es ja auch irgendwie langweilig. Es ist ja schlimm, wenn man jedem gefallen würde. Das muss man auch gar nicht. Ich bin auch immer da. Ich bin der Freigeist. Sprich, ich mache das, was ich will und was ich denke, dass ich kann. Ich mache das, was ich kann. Und das probiere ich so gut wie möglich zu meistern. Das funktioniert dann oder manchmal auch nicht. Aber meistens funktioniert das dann auch. Und ja, Kritiker hin oder her. Es gibt auch genug Leute, die hinter mir stehen. Und man muss halt das Gute sehen. Das Gute im Jahr 2015. Das sehe ich schon für euch alle drei. Wünsche ich euch zumindest. Vielen, vielen Dank euch dreien fürs Kommen. Und alles Gute fürs neue Jahr. Dankeschön. Dankeschön. Ich schaue deshalb so, weil meine Kollegin Sandra König steht da drüben und schaut komisch zu mir rüber. Ja, wir spielen jetzt nämlich allein gegen Kratki. Das Spiel kennst du. Ja. Ja. Vom Hörensang. Ich erkläre euch kurz die Spielregeln. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich stelle drei Fragen, wie immer. Wie im Wecker. Wenn einer von euch antworten möchte, vor euch aufs Puls schlagen. Wer mehr weiß, gewinnt. Ja, ganz einfach. Sollte es nach drei Fragen unentschieden stehen, gibt es eine Entscheidungsfrage. So weit, so klar? Ja. Ja. Keine Angst, Julia. Hier kommt eure erste Frage. Zwei Jahre, nachdem die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala ein Attentat der Taliban überlebt hat, wird sie 2014 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Mit 17 Jahren ist sie der jüngste Mensch, der diese Auszeichnung erhalten hat. Malala sagt, sie hat während einer Unterrichtsstunde von ihrer Auszeichnung erfahren. Dann, meine Frage lautet, in welchem Schulfach? Julia? Ich sage jetzt einfach mal Mathematik. Leider falsch. Robert, möchtest du antworten? Schau, du warst auch in der Schule. Manchmal. Turnen. Nein. Leider. Chemie wäre es gewesen. Chemie. Chemie. Gut. Ich finde, ich war näher dran. Findest du? Das gilt leider nicht. Okay. Aber noch ist nichts verloren. Hier kommt auch eine zweite Frage. Die könnte ich widersprechen. Im März sind hier in diesem ORF-Studio zehn Promis angetreten, um tanzen zu lernen. Im großen Finale am 16. Mai hat Roxanne Rapp gewonnen. Die Frage lautet, gegen wen hat sie sich im letzten Tanz durchgesetzt? Also, wer ist denn Zweiter geworden bei Dancing Stars? Okay, die zwei schauen sehr ratlos. Nein? Robert? Marco Dings. Marco Dings. Marco Dings kann ich leider nicht gelten lassen. Damit hat Julia die Möglichkeit Marco Dings zu vervollständigen. Das kann ja sogar ich jetzt schon hören. Du stehst näher am Publikum. Julia, möchtest du antworten? Sonst kriegt ihr beide eine Entscheidungsfrage. Oder? Entscheidungsfrage. Sonst ist es ja unfair. Also, wer war es jetzt? Marco Angelini wäre es gewesen. Okay. Und das ist die dritte und entscheidende Frage. Tolle Runde bisher. Achtung, da gibt es jetzt Hinweise. Also, da kann man schnell sein. Wer bin ich? Mein offizieller Geburtstag ist der 9. März 1959. Da habe ich in New York das Licht der Welt erblickt. Somit bin ich heuer 55 geworden. Ich habe drei Schwestern. Skipper, Stacy und Kelly. Ich hatte bis heute 150 Berufe. Ich bin 29,2 Zentimeter groß. Kann man nicht? Okay, aber jetzt besser. Nach über 43 Jahren habe ich mich am Valentinstag 2004 von meinem Freund Ken getrennt. Robert. Na, bitte nicht, dass ich jetzt diese Frage beantworten kann. Bobby. Das ist vollkommen richtig. Damit kommen wir zur Siegerehrung, wie sich das gehört. Julia, du bist das nicht gewohnt, aber du kriegst jetzt eine Silbermedaille. Danke sehr. Danke sehr. Danke schön. Und Robert. Ich weiß, dein größter Erfolg bisher war ein dritter Platz beim BMX-Rennen. Wo? Ich meine, dass das nicht allgemein bekannt ist. Der dritte Platz beim BMX-Rennen in Landbrechtshausen 1984. Es wird jetzt getoppt von dieser Goldmedaille. Danke. Gratuliere. Meine erste. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Mitspielen, Julia. Danke. Nein, nein, nein. Es gibt natürlich noch viele Fragen, die man über 2014 stellen kann. Wir sehen uns etwas später wieder. Gut. Danke, Sandra. Bitte. Gut. Ich habe ja eigentlich geglaubt, meine Damen und Herren, dass die Fragen hier nur einer stellt. Und das ist der Mann, der schon aus seiner Profession heraus Fragen stellt. Und dann die entsprechenden Antworten kassiert. Nicht immer professionelle. Ö3-Mikromann, Tom Wallek. Wir starten mit einer ganz leichten Frage. Im Jahr 2014 gibt es einen neuen 10-Euro-Schein. Ein bisschen veränderte Sicherheitsmerkmale, ein bisschen verändertes Design. Ist aber nach wie vor natürlich 10 Euro wert. Wenn ich jetzt 1.000 Zehner habe, wie viel sind es denn in Euro? Die Damen können uns helfen. Wir haben eine ganz leichte Frage für euch. Können wir das später machen? Ich muss meine Haare noch machen, sonst geht es nicht. Kennen Sie das? Ich kenn das nicht. Nehmen wir an, Sie haben 1.000 Zehner. Wie viel ist es dann in Euro? 1.000 Zehner sind es dann 1.000 Euro. 100.000. 100.000, ja. Wenn ich 1.000 Zehner habe, habe ich 1.000 Euro. Jawohl. Oder? Können Sie das rechnen? 1.000 Zehner? Weiß ich nicht. 1.000 Zehner sind wie viel Euro? 1.000 Zehner? 1.000 Zehner? 1.000 Zehner? 10.000. Ich habe aber schon einen Bohnstrung, das ist jetzt unfair. Haben Sie beruflich mit Zahlen zu tun? Nein. Zum Glück nicht. 1.000 Zehner in Euro. Sind wie viel? Du gehst immerhin in eine höhere Schule. Ich brauche nicht mehr rechnen. Wissen Sie, was auf dem 10-Euro-Schein abgebildet ist? Das kann ich auch nicht sagen. So genau haben wir das noch nicht angeschaut. Nicht? Nein. Irgendein Triumphbogen. Wissen Sie noch, was am 10-Schilling-Schein oben war? Nein. Wissen Sie nicht mehr, weil... Zu lange her. Zu lange her. Was könnte da oben gewesen sein am 10-Schilling-Schein? Keine Ahnung. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister von... Ja. Es gibt kein 10-Schilling-Schein. 10-Schilling-Schein hat es sich gegeben, war Münzer, oder? Streber. Achso, ja. Entschuldigung. Können Sie das rausschneiden, bitte? Das kommt sicher im Fernsehen, oder? Nein, Sie sagen. Ich würde es rausschneiden. Danke. Sie glauben jetzt, das waren alles Menschen aus dem Hypo-Vorstand. Aber ich sage Ihnen, garantiert, ganz normale Passanten. Wir kommen nun zu den ernsten Themen des Jahres 2014. Es hat sehr vieles gegeben, was uns traurig gemacht hat oder betroffen zurückließ. Aber, und das ist die gute Nachricht, immer wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert ist, da waren es Menschen aus Österreich, die sofort geholfen haben, wenn wo zu helfen war. Die Hochwasserkatastrophe in Österreich war eines der großen Themen 2013. In diesem Jahr blieb Österreich von Naturkatastrophen dieser Größenordnung Gott sei Dank verschont. Dafür erwischt es die nur wenige hundert Kilometer entfernten Länder Bosnien und Serbien umso schlimmer. Heftiger Dauerregen hat in Bosnien und Serbien zu Rekordüberschwemmungen geführt. In Bosnien wurden die schlimmsten Regenfälle seit 120 Jahren verzeichnet. Ganze Städte stehen dort unter Wasser. In Serbien hat die Regierung den Notstand ausgerufen, weil 100.000 Haushalte ohne Strom sind. Österreich stellte sofort eine Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds zur Verfügung und schickte Helfer in die betroffenen Gebiete. Wir sind hier sehr rasch handlungsfähig und unsere Leute sind hier hoch motiviert. Das ist das eine und das andere natürlich, dass wir dementsprechende Geräte, die wir jahrelang schon angeschafft haben, für den Katastrophendienst in Niederösterreich bereithalten und auch diese gerne auch im Ausland einsetzen. Und das geschah in diesem Fall sogar unter besonders gefährlichen Bedingungen. Denn in Bosnien werden noch immer hunderttausende Landminen aus der Zeit des Balkankrieges vermutet. Diese könnten durch das Hochwasser jetzt weitläufig verteilt worden sein. Die Angst ist immer dabei, aber wir sind da, dass wir den Leuten helfen da unten. Für das Wende haben wir in den Urlaub gegangen, bin runtergefahren und würde mir ein Besseres geben da unten. Vielleicht waren es die Erinnerungen an die eigene Hochwasserkatastrophe im letzten Jahr, die zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher zum Helfen und vor allem auch zum Spenden bewegten. Allein über Nachbar in Not kamen weit über vier Millionen Euro an Spendengeldern für die Opfer der Flutkatastrophe zusammen. Danke hundertmal, danke Österreich, danke allen Leuten in jeder Richtung, was ich hilft, danke. Für die Aktion Flüchtlingshilfe Syrien und Nordirak konnte Nachbar in Not sogar bereits über sechs Millionen Euro sammeln. Und es wird noch mehr Geld benötigt, denn mittlerweile ist der Winter in den betroffenen Gebieten eingezogen. Man muss sich vorstellen, das sind Leute, die wirklich in halbfertigen Gebäuden in Erbil wohnen, auf einem Teppich oder mit ganz wenigen Gegenständen. Viele Leute mussten ja nicht nur einmal, sondern mehrmals fliehen und hatten dann nichts mehr, wie sie in Kurdistan angekommen sind. Und auch in Westafrika gab es in diesem Jahr Regionen, die auf Hilfe angewiesen waren und es bis heute sind. Wobei die Probleme, mit denen man hier zu kämpfen hat, die ganze Welt in Atem halten. Es ist die schlimmste Ebola-Epidemie aller Zeiten. In Westafrika weitet sich das tödliche Ebola-Virus immer mehr aus. Und das hoch ansteckende Virus ist nicht unter, sondern außer Kontrolle. Österreich unterstützt die betroffenen Gebiete durch Lieferungen von Medikamenten und Schutzanzügen. Und ganz besonders durch Menschen wie Dr. Michael Kühnel, die vor Ort ihr Leben riskieren. Nachdem immer wieder Leute gesucht werden, weil niemand freiwillig dort runter geht und ich einfach an das glaube, was ich kann und weiß, wie man sich dagegen schützt, denke ich, dass man das einfach machen sollte. Wie gefährlich ein Hilfseinsatz in Ebola-Gebieten werden kann, haben Nachrichten aus diversen westlichen Ländern deutlich gemacht. In allen Ebola-Fällen außerhalb Afrikas, egal ob in Madrid oder den USA, war medizinisches Personal betroffen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Eindämmung der Ebola-Epidemie eine der großen, guten Nachrichten im Jahr 2015 wird. Wo geholfen werden muss, da wird geholfen. Das ist mehr als nur ein Satz, das schreiben sich viele Österreicherinnen und Österreicher auf ihre Fahnen. So auch mein heutiger Gast hier jetzt an dieser Stelle, Frau Dr. Silvia Wamser aus der Steiermark, einer der Ärzte ohne Grenzen. Danke fürs Kommen. Frau Dr., wo waren Sie heuer im Einsatz? Ich war heuer in Sierra Leone im Einsatz. Ich bin Psychologin, das heißt, ich habe die psychologische Unterstützung der lokalen Mitarbeiter und auch der internationalen Mitarbeiter gemacht. Und möchte hier an dieser Stelle auch stellvertretend für meine über 700 internationalen Kollegen, die bisher im Einsatz waren und auch noch sind. Und für die über 3000 lokalen Mitarbeiter, die nicht nach drei bis sechs Wochen nach Hause fliegen können, sondern immer noch vor Ort sind, sprechen. Und wir haben insgesamt schon zehn Österreicher im Einsatz gehabt. Einer ist bereits zum zweiten Mal dort. Mit was für einem Gefühl lebt man dort vor Ort? Applaus für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Mit was für einem Gefühl lebt man bei so einem Einsatz vor Ort? Naja, es ist primär einmal das Gefühl einer großen Anspannung. Das sind sehr große Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Das heißt, Sie sind eingeschränkt in Ihrer normalen täglichen Betätigung. Sie können Leute nicht begrüßen. Es gibt kein Händeschütteln, es gibt kein Berühren. Es muss alles, bevor es in den Mund geht, vorher gewaschen und desinfiziert werden. Auch die Hände. Das heißt, es gibt keine, ich kann mich erinnern, ein Kollege hat seine Zigarette fallen gelassen. Die blieb am Boden liegen. Es wird kein Essen geteilt. Das heißt, das ist schon auch eine ziemliche Einschränkung in der sozialen Interaktion. Aber das Hauptaugenmerk ist natürlich die Unterstützung und die Arbeit, deren Weden man eigentlich hinuntergefahren ist. Zumindest für mich war es so. Die Ärzte ohne Grenzen machen rund um den Globus unglaubliche Arbeit, leisten wirklich viel, aber gehen dabei. Und das ruft natürlich Sie dann als Psychologin auf den Plan, schon an persönliche Grenzen. Das ist richtig, aber es gibt dann auch die Möglichkeit, wenn man wieder zu Hause ist, sich entsprechend zu erholen, beziehungsweise gibt es auch für uns die Möglichkeit, sich durch Supervision stützen zu lassen. Wird Ebola 2015 ein größeres Problem sein als 2014? Die letzten Zahlen sprechen hier eigentlich dafür. Es ist einiges an internationaler Hilfe zögerlich angelaufen. Wir haben es gerade vorher gehört im Bericht. Wenn nicht mehr passiert, das heißt, wenn nicht mehr geschultes Personal vor Ort ist, es hilft nicht, jetzt nur zu spenden oder Zentren einzurichten, die müssen auch betrieben werden. Das heißt, es müssen auch die Menschen da sein, dann könnte es kritisch werden. Aber ich bin keine Hellseherin, da müsste man vielleicht eher die Frau Rogers fragen. Die könnte uns da vielleicht mehr dazu sagen. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass die zögerlichen Ansätze, die wir bis jetzt gesehen haben, und wir sprechen seit März davon, dass es ganz, ganz wichtig ist, entsprechend geschulte Fachkräfte vor Ort zu haben, dann möchte ich keine Vorhersage machen. Weil wir wissen, dass die Zahlen vor allem in Freetown in Sierra Leone ansteigen. Wir haben bis zu 600 Fällen, die pro Woche in die Behandlungszentren kommen. Und es ist dieses Auf und Ab. Das heißt, es ist wirklich wichtig, internationale Hilfe vor Ort im größeren Ausmaß zu bekommen. Geht's für Sie nochmal zurück? Im heurigen Jahr nicht. Nächstes? Möglich. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Es war meine Ehre. Und alles, alles Gute für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Danke schön. Danke schön. Meine Damen und Herren, die Jahresrückblick-Show 2014 und das Musikjahr 2014, das hat wirklich große rot-weiß-rote Momente gehabt. Denken wir nur an Conchita Wurst, sie wird heute noch hier sein. Zum anderen für den deutschsprachigen Rapper aus Österreich. Er hat ein wirklich gutes Jahr gehabt. Platz eins in Österreich, Platz zwei in Deutschland. Und wir freuen uns nicht minder, dass er heute hier ist. Bitte begrüßen Sie hier mit seinem Hit des Jahres zwischen Zeit und Raum, Nasser. Ich bin der Lebenslang gewählte Prinz der Good Life Crew. Vom süßen Leben steht mir mehr als nur ein Bruchteil zu. Es gibt nur wenige, die machen der Rest hinzu. Und treten aus dem Schatten unsere schlechten Ruhe. Auf der Suche nach dem Glück, Geld, Sex und Ruhe. Vergessen morgens wieder, was wir in den Nächten tun. Haben ne Schwäche für alles, was schimmert und glänzt, greifen zu. Auch wenn wir uns daran die Finger verbrennen. Denn wir Männer sind dieselben und ihr Frauen, Frauen, Frauen. Ihr seid es auch nur unsere Zeichen. Es sind verändert und eure Titel sind es auch. Zum Beispiel deiner. Aber für mich bist du. Du bist der Kind, irgendwann der Schnapphut. Und du trägst zum Beispiel die Armbandhut. Zwischen Zeit und Raum. Ich fang jetzt zwischen Weiß und Grau. Du bist die Kanzlerin von Kazaka. Du behältst zum Beispiel die Krone an. Zwischen Zeit und Raum. Teile mir den gleichen Traum. So. Ich bin der lebenslang gewähnte Präsident im Klub der Söhne. Edler Singer. Wir haben unsere Ideale. Doch verwiegend hatten wir das Spiel. Die Walbe und den Gin. Wir fliegen hin und wir fliegen her. Wir haben wirklich Regenflugverkehr. Und wer sich morgen noch daran erinnert, wir waren nicht dabei. Nur wir sagten es nicht mal laut. Doch es ist wirklich nichts vorbei. Denn wir Männer sind dieselben wie ihr Frauen. Unsere Zeichen sind verändert. Unsere Welten sind es auch. Doch wenn wir uns dann trauen. Verschmelzen wir im Rausch. Werden dann zu Helden. Und erhellen jeden Raum. Haben denselben Traum. Doch verschiedene Titel. Schau mir in die Augen. Und du siehst in den Spiegel. Und dass wir uns verlieren. Lass mir dich nicht zu. Ich halte an dir fest. Denn für mich bist du. Du bist die Königin von der Schnafu. Und du trägst zum Beispiel die Armbandhut. Zwischen Zeit und Raum. Wir fangen zwischen Weiß und Grau. Du bist die Kanzlerin von Kazaka. Du behältst zum Beispiel die Krone an. Zwischen Zeit und Raum. Teilen wir den gleichen Raum. Die Flokkern sind die Krone an. Du wurden die Krone an. Keineid. Nassar! Willkommen! Hallo Oli. Großer Hit des Jahres 2014. Was hat er für dich verändert? Ich werde jetzt auf viele Partys eingeladen von Menschen, die ich vorher nicht kannte. Ansonsten ist alles gleich. Gute Partys, hoffe ich. Ja, geht so. Geht so. Für alle, die es nicht wissen, du hast einen weiten Weg hinter dir. Ein paar Lebensstationen. Begonnen hat alles im Flüchtlingslager in Dreiskirchen. Du bist im Alter von vier Jahren mit deinem Bruder und deiner Mutter dort angekommen. Hast du an diese Zeit noch Erinnerung? Also weniger. Es war eine harte Zeit auf jeden Fall. Meine Mutter erzählt mir oft davon. Für sie war es natürlich noch viel härter und schlimmer. Aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht und sind froh, jetzt hier zu sein. Deine Kindheit dann in Wien? Im 10. Wiener Gemeindebezirk? Ein paar Schlagworte? Du, ich wohne noch immer da. Ich fühle mich da sehr wohl bei meinem Mundl und Kanacken. Also für mich ist es super da. Und jetzt? Zweifacher Amadeus-Preisträger. Vergoldetes Album. Riesenerfolg in Österreich. Riesenerfolg in Deutschland. Würdest du sagen, du bist zielstrebig diesen einen Weg gegangen und es konnte gar kein anderer Weg werden? Oder hättest du auch woanders abbiegen können? Naja, ich mein, Laufstegmodel wäre ich jetzt keins geworden. Da fehlen mir noch drei, vier Zentimeter. Deswegen hat es dann die Musik gemacht und Gott sei Dank hat es geklappt. Also ich bin schon sehr zufrieden. Deinen Applaus und wie das geklappt hat. Vielen Dank, Nassar. Dankeschön. 2014, meine Damen und Herren, war ein Jahr, das viele von uns unsicherer gemacht hat. Schlagworte wie Epidemien, Kriege, Terror, auch die Angst davor, dass der Kalte Krieg neu entbrennen könnte. Darüber kann mein nächster Gast wirklich viel erzählen, denn es ist quasi sein Job. Er vertritt Österreich im Ausland. Meine Damen und Herren, der Bundesminister für Europa-Integration und Äußeres, Sebastian Kurz. Herr Minister, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Die Themen gibt es mit Ihnen genügend zu besprechen. Und die werden sich wahrscheinlich auch in einer Agenda bei Ihnen jeden Tag aufs Neue von... Wann beginnt Ihr Tag? Unterschiedlich, je nachdem ob wir fliegen oder nicht. Aber es ist meistens recht interessant. Von ganz, ganz früh bis ganz, ganz spät geht es unter anderem zum Beispiel um Islamisten, Dschihadisten, Terrorzellen. Viele Österreicherinnen und Österreicher haben die Schlagzeilen dieses Jahres oftmals verunsichert. Wie sicher können wir uns in Österreich fühlen? Das ist eine recht pauschale Frage. Ich glaube, man muss ein Stück weit unterscheiden. Wenn wir von Krieg im klassischen Sinn sprechen, dann muss man sagen, als neutrales Land mitten in der Europäischen Union, umgeben von ausschließlich befreundeten Staaten, ist ein Krieg im klassischen Sinn für uns fast unvorstellbar. Wenn wir jetzt sprechen von internationalem Terrorismus, dann glaube ich, so ehrlich muss man sein, können wir sagen, wir sind keine Insel der Seligen, sondern es gibt über einige tausende Europäerinnen und Europäer, die sich dem IS-Terror im Irak und in Syrien angeschlossen haben, die dort morden. Und wenn sie zurückkehren in die Europäische Union, sind sie natürlich ein Sicherheitsrisiko für die gesamte Europäische Union und somit auch für uns in Österreich. Wir dürfen nur im Umkehrschluss jetzt nicht den Fehler machen und einen Generalverdacht gegenüber allen Musliminnen und Muslimen in Europa entwickeln, weil das würde wahrscheinlich den sozialen Frieden noch viel mehr gefährden. Und ist das dann im übertragenen Sinn auch das Ziel der Aggressoren, zum Beispiel Europa zu verunsichern? Naja, nicht nur zu verunsichern, sondern auch unmittelbar zu bedrohen. Also diese Terroristen sprechen vom individuellen Dschihad, also von der Idee, dass jeder Einzelne als Terrorist, unabhängig davon, wo er ist, morden kann und im Sinne dieser Terroristen agieren kann. Und insofern, auch wenn der Irak und Syrien weit weg wirken, ist das natürlich eine Bedrohung, die uns hier unmittelbar trifft. Und insofern ist es meiner Meinung nach ganz entscheidend, dass die Polizei so konsequent agiert, wie sie das tut bei all jenen, die sich etwas zu Schulden kommen lassen. Und auf der anderen Seite, dass wir alle zusammenhelfen, im Präventionsbereich noch besser zu werden, damit nicht noch mehr junge Menschen aus Europa auch von diesen Terroristen verführt und radikalisiert werden. Ein großes außenpolitisches Thema 2014, die Krise in der Ukraine. Als Außenminister unseres Landes waren Sie bei wichtigen Gesprächen dabei. Können Sie für 2015 nun beruhigen oder stehen wir tatsächlich vor einem neuen Kalten Krieg? Das Blockdenken, das wir aus dem Kalten Krieg kennen, das gibt es jetzt schon. Das hat Hochkonjunktur. Wir haben ein massives Spannungsverhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich. Und wir haben in der Ukraine nicht einen kalten Konflikt, sondern eine Situation, wo fast täglich Gefechtshandlungen stattfinden und auch fast täglich Menschen sterben. Also insofern, ich möchte jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber ich sehe nicht die unmittelbare Lösung für diese Krise. Ich glaube, man muss neben den Sanktionen alles tun, um über die Wurzeln des Konflikts mit Russland zu sprechen und so vielleicht einen Ausweg zu finden. Hinter dem Konflikt in der Ukraine verbirgt sich natürlich ein sicherheitspolitisches Thema. Die Frage, dürfen Länder wie die Ukraine sich der NATO anschließen oder nicht? Und auf der anderen Seite ein wirtschaftliches Spannungsverhältnis zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Zollunion. Und ich glaube, Aufgabe des nächsten Jahres sollte es sein, mit Russland nicht nur über die Kampfhandlungen in der Ukraine zu sprechen. Dort ist wichtig, eine friedliche Lösung zu finden. Aber das werden wir nur schaffen, wenn wir auch über diese Metathemen im Hintergrund mit Russland verhandeln, unabhängig davon, ob sie einen Anspruch oder ein Recht dazu haben, sondern schlicht und ergreifend, weil es pragmatisch der richtige Weg ist. Vielleicht wird dieser Jahresrückblick der letzte sein, wo wir dieses Thema anschneiden. Ich würde es Ihnen sehr wünschen, aber ich möchte noch einmal mit Ihnen darüber sprechen. Es ist jetzt genau ein Jahr her, Dezember letzten Jahres, da haben Sie Ihren Job als Außenminister angetreten. Mit 27 Jahren damals der jüngste Außenminister der Zweiten Republik, der jüngste Chefdiplomat innerhalb der EU. Eine extrem steile Karriere und Sie haben sich in Österreich schon zu Beginn Ihrer sehr, sehr öffentlichen politischen Karriere als Integrationsstaatssekretär sehr, sehr viel anhören müssen. Im Ausland? Ich habe es mitbekommen, ja. Ich habe es mitbekommen. Im Ausland war das anders, oder? Ja, ich bin als Außenminister Gott sei Dank eigentlich von Anfang an vor allem unter den anderen Außenministern sehr positiv aufgenommen worden. Und ich glaube, die sind im Umgang mit Vielfalt recht erfahren und waren dadurch nicht sonderlich jetzt überrascht, ob des jungen Alters. Aber natürlich war es auch dort am Anfang ein gewisses Thema und in den Medien, das wissen Sie ja am besten, war es durchaus ein Thema. Jetzt muss man allerdings sagen, die Kritik aufgrund Ihrer Jugend, die ist komplett verstummt in Österreich. Ein gutes Gefühl? Also Lob ist immer angenehmer als Kritik, ja. So ehrlich kann ich sein. Aber ich habe ein für mich wichtiges Schlüsselerlebnis gehabt, als ich Staatssekretär geworden bin und wirklich jeden Tag medial relativ fest verdroschen worden bin. Er hat mich ein guter Freund angerufen und hat gemeint, nimm nicht allzu ernst, was in der Zeitung steht. Habe ich gesagt, das ist leicht gesagt. Er hat gesagt, ja, aber das Entscheidende ist, probiere das zu tun, was du für richtig erachtest und ob es gut ankommt oder nicht, ist sekundär. Als es dann ein halbes Jahr später wesentlich besser gelaufen ist, hat er mich wieder angerufen und hat da sehr ermahnend gesagt, das, was ich damals gesagt habe, gilt heute nach wie vor genauso. Daran versuche ich mich ein Stück weit zu halten, ich probiere das zu machen, was ich für richtig erachte. Manchmal kommt es gut an, manchmal kommt es schlecht an. Ich glaube, beides gehört in der Politik dazu und beides ist im politischen Bereich oft auch sehr nah beisammen. Eine Frage nur. Am 24. Dezember hat doch auch ein Spitzenpolitiker frei, oder? Ja, ich werde aller Voraussicht nach kurz bei Licht ins Dunkel dabei sein, aber danach ist natürlich ein familiärer Abend. Da wünsche ich ein schönes Fest und alles Gute für das Jahr 2015, Außenminister Sebastian Kurz. Vielen Dank, das wünsche ich auch. Meine Damen und Herren, der Jahresrückblick 2014. Und einer, der dem Jahr immer eine humoristische Seite abgewinnen kann, ist einer der erfolgreichsten Comedians des Landes. Ein lieber Kollege. Mit seinen Kollisionen füllt er österreichweit die Hallen. Hier ist er mit seinem persönlichen Jahresrückblick. Hier ist Gernot Kulis. Guten Abend! Ja, Stimmung! Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Unterstützung, ey. Wir haben es gehört, es war kein gutes Jahr für Comedians. Lauter Katastrophen, Grausliche. ISIS-Terror, Ukraine-Konflikt, Ebola-Epidemie, Lugner-Hochzeit. Na, Richard Lugner heiratet zum fünften Mal bitte. Zum fünften Mal. Damit ist die Wahrscheinlichkeit für Frauen im deutschsprachigen Raum höher, von Richard Lugner geheiratet zu werden, als an Ebola zu erkranken. Das muss man sich vorstellen. Das ist aber, no panic. Hey, no, ja, no panic. Keine Panik, es wird bereits ein Impfstoff produziert gegen Richard Lugner. Es, james, james, ja. Es gibt auch schöne Hochzeiten dieses Jahr, und zwar George Clooney hat geheiratet. Fantastisch. Auf die Frage, willst du hier die Anwesende zu deiner Frau nehmen, hat er nicht gesagt, yes, sondern, what else? Viele Hochzeiten hat's gegeben. Ja, viele, viele. Auch viele runde Jubiläen, Geburtstage. Zum Beispiel in Deutschland gleich zwei. Angela Merkel wird 60 und ihre Kleidung 80. Das ist, ja. Udo Jürgens, wie alt? Auch 80. Jawohl, der ist super. Udo Jürgens 80. Die Conchita Wurst der 60er Jahre. Naja, der hat 66 den Song Contest gewonnen, da hat nicht einmal der Papa von der Conchita Wurst noch an Bord gehabt. Und ich bin begeistert von Conchita Wurst. Die gewinnt heuer und es gibt keine Genugtuung bei ihr bei den Kritikern. Also für die Kritiker null. Nicht einmal in Russland nix. Also bei mir wäre das anders. Wäre ich die Conchita Wurst, ich würde mit der trans-sibirischen Eisenbahn durch Russland ein Plakat in der Hand, wo oben steht, Lieber Wladimir, alles hat ein Geschlecht, nur die Wurst hat zwei. Conchita Wurst. Conchita sei einmal ein Mann. Ich weiß, du kannst das. Ja. Aber die Frage ist, wer toppt die Frau mit Bart nächstes Jahr, oder? Vielleicht ein Mann mit Busen. Aber ich glaube nicht, dass Robert Kratky singen kann. Du hättest sogar an Bord. Du hast Bart und Busen, Robert. Es gab ja heuer Nacktfotos von Prominenten im Internet. Megaskandal. Ich meine, ich will das nicht, oder? Das zerstört die Illusion total. Hey, stellen wir uns jetzt alle mal gemeinsam Robert Kratky nackt vor. Das will keiner. Robert Kratky. Ja. Wir kommen zum Sport. Im Sport gab es einiges Interessantes zu berichten. Thomas Morgenstern ist zurückgetreten und Malis Schild. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen, Armin Assinger, oder? Es ist natürlich ein Wahnsinn. Schild und Morgenstern treten zurück. In der Innsbrucker Klinik haben drei Schulter- und vier Kniespezialisten Konkurs angemeldet. Ja, es ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, aber hey, und jetzt ein kräftiger Applaus fürs Nationalteam. Ja. Wir sind Tabellenführer. Tabellenführer im Fußball. Du, jetzt im Ernst. Der letzte Fußballfan, der sich an sowas erinnern kann, der liegt bei konstanter Raumtemperatur irgendwo in einem Museum in Südtirol und friert. Der Ötzi. Hey, wisst ihr? Na, kurz. Die suchen im Übrigen einen zweiten, weil sie ja zweite Liftkarten beempfunden haben. Aber das ist nur, ja. Wir haben alle Quali-Spiele gewonnen, nur nicht gegen Schweden. Das war ein Problem gegen Schweden, eins zu eins. Was sagt Ex-Teamchef Hans Krankel dazu? Huch zu, gegen Schweden. Nein, huch, lass mich ausreden. Huch zu, gegen Schweden. Den Schweden hätte ich vor dem Spiel eine Ersatzbank hingestellt, um es selber zu anbauen. Ja, wären die 90 Minuten beschäftigt gewesen, du. Das wäre meine Taktik gewesen gegen Schweden. Damit kommen wir zur Politik und zur Zeit im Bild. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Es begrüßt Sie Tarek Leitner. Hier sind die Meldungen des Jahres. Er ist ja hier, hallo. Das ist... Passt das so? Ja, Platz nehmen wieder. Immer nur sitzen. Erkennt man sich da wieder? Tarek Leitner. Christa Kummer ist auch da. Zu Ihnen komme ich noch später. Hier sind die Meldungen des Jahres. Innenpolitik. Ex-Finanzminister Kadelheinz Swarovski, äh, pardon. Grasser hat heuer sein großzügiges Penthouse in Wien verkauft und zwar um 17 Millionen Euro. Bleiben krasser nach Abzug der Steuer 18 über. Wie erst heute bekannt wurde, kam es beim Peter Westenthaler Prozess im November vor einem Wiener Gericht zu einer peinlichen Auseinandersetzung. Auf die Frage eines Schaulustigen, wer sei denn der Kleine mit dem alten Gesicht, bekam Wolfgang Schüssel einen Wutanfall und wollte dem Kerl an die Kehle springen. Denn trotz mehrmaliger Versuche ist Schlüssel, Schüssel, pardon, nur bis zum Bauchnabel gekommen und konnte schließlich von einem Volksschüler überwältigt werden. Verteidigungsminister Gerald Klug darf aufatmen auf die heuer entdeckten Produktionsfehler. Der Eurofighter hat jetzt endlich der Hersteller reagiert und wird alle Eurofighter gratis nachrüsten und zwar mit Warnweste und Pannendreieck. Nach dem Rücktritt von Laura Rudersch im März hat die SPÖ adäquaten Ersatz gesucht, aber leider hat Dschungelcamp-Kandidatin Larissa Marold abgesagt. Marold meinte wörtlich vom Dschungelcamp in die Politik, Kakerlaken fressen ist okay, aber die Krautschlucken sicher nicht. Damit kommen wir zur Kultur. Vor wenigen Tagen hat Helene Fisch ihre Dreharbeiten für eine Gastrolle im Tatort abgeschlossen. Alles ist perfekt gelaufen. Unklar ist nach wie vor, welches ihrer Lieder wird die Tatwaffe. Das waren die Meldungen. Wir verabschieden uns jetzt wie gewohnt vom Zuseher, der wie er dreist hat, mit dabei gewesen ist. Sie versäumen die Schlusspointe. Wie soeben bekannt wurde, hat die FPÖ einen eigenen sogenannten HC Strache Adventkalender rausgebracht. Da schauen 24 Asylanten raus und jeden Tag wird ein Fenster zugemacht. Damit kommen wir noch zum Wetter. Christa Kummer sagt uns jetzt noch, wie das Wetter morgen wird. Wie das Wetter morgen wird. Danke Christa Kummer, die uns soeben gesagt hat, wie das Wetter morgen wird. Damit zurück zu Robert Kratky. Tarek, 2014. Gutes Jahr gehabt, privat? Ja, schon. Auch sehr berührend. So wie es den vielen Österreicherinnen und Österreichern am Beginn der Show gegangen ist, wie wir gesehen haben. Das sind ja die eigentlichen Dinge, die das Jahr ausmacht. Nicht immer nur die ganz großen Sachen, die in der Welt passieren. Da sind viele Urgroßmütter, Urgroßväter geworden, habe ich gesehen. Das ist bei mir nicht der Fall. Das hätte mich jetzt auch schwer gewundert. Aber es war wunderschön, dich einmal so herzhaft Lacher zu sehen. Denn normalerweise kennen Sie Tarek Leitner eher mit ernstem Gesicht aus der Zeit im Bild. Und das hatte im Jahr 2014 auch wieder gute Gründe gehabt. Leider. Seit langem gab es in und rund um Europa nicht mehr so viele bewaffnete Konflikte. Im Norden-Osten eskaliert die Gewalt. Zum ersten Mal seit Jahren gibt es in Städten wie Tel Aviv und in Jerusalem Perketenall. Die Ukraine-Krise weitert sich immer mehr aus. Das Jahr 2014 wird leider auch als ein Rekordjahr in Sachen bewaffneter Konflikte in die Geschichte eingehen. Gaza-Offensive, Bürgerkriege in der Ukraine und in Syrien. Und dazu noch diverse bewaffnete Konflikte von Indonesien über Nigeria bis Mexiko. Die Krisenherde dieser Welt scheinen tatsächlich bald unzählig viele zu sein. Und immer wenn man denkt, es wäre schon alles an Grausamkeiten da gewesen, bringt einer dieser Krisenherde eine neue Dimension der Abscheulichkeit hervor. Es ist professionell produziert wie ein Werbeclip und zeigt, wie ein vermummter Mann einem anderen Mann, der vor ihm kniet, den Kopf abschneidet. Das FBI und die US-Regierung bestätigen inzwischen, dass das Video echt ist. Und der Mann, der da enthauptet wird, Amerikaner ist. Er hat auch einen Namen, James Foley, ein Fotoreporter. Was diese Gruppe so professionell macht, dass sie zwar von einem mittelalterlichen Kalifat träumt, aber gleichzeitig die modernste westliche Technologie genützt, um ihre Propaganda weltweit zu verbreiten. Das extrem brutale Vorgehen der IS veranlasste die Welt schließlich zum Handeln. Allerdings nicht so entschlossen, wie das notwendig gewesen wäre. Die Angriffe gegen IS beschränkten sich auf Luftschläge. Am Boden ließ man die Kurden ziemlich alleine in ihrem Kampf gegen die Terrormiliz. Kobane wurde zum Symbol für den Widerstand gegen die IS. Die Stadt an der türkischen Grenze ist bis heute schwer umkämpft. Eine Sache haben alle Kriege seit jeher gemeinsam. Leidtragende sind vor allem die Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder, die eigentlich nichts mit dem Konflikt zu tun haben sollten. Der Fachausdruck dafür heißt Kollateralschäden. Und welch unvorstellbares Leid sich hinter diesem lapidaren Ausdruck verbergen kann, wurde der Welt heuer am 17. Juli einmal mehr bewusst. Eine Boden-Luft-Rakete soll die Boeing der Malaysian Airlines über der Ostukraine getroffen haben. 298 Menschen, darunter 80 Kinder, sterben. Aller Wahrscheinlichkeit nach, weil pro-russische Separatisten die Boeing 777 mit einem Militärflugzeug verwechselt haben. So richtig beweisen kann das bis heute allerdings niemand. Die Tragödie ist längst zum internationalen Politikum geworden. Eins wissen wir schon jetzt. Die Gewalt, die stattfindet, wird zu einem großen Teil durch russische Unterstützung erleichtert. Für Malaysia Air war der Absturz von MH17 zu diesem Zeitpunkt sogar bereits die zweite große Katastrophe in diesem Jahr. Denn schon wenige Monate zuvor musste die Airline das Verschwinden einer Maschine vermelden. Zwar waren hier nach heutigen Erkenntnissen weder Krieg noch Terror verantwortlich, dafür gilt das Verschwinden von MH370 am 8. März bis heute als eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Auch eineinhalb Tage nach dem plötzlichen Verschwinden von Flug MH370 über dem südchinesischen Meer gibt es noch immer keine Spur. Und daran sollte sich auch bis zum heutigen Tag nichts ändern. Das in Frage kommende Absturzgebiet war und ist einfach zu groß. Und die Signale der Black Box sind mittlerweile längst verstummt. Wie geht es bei solchen Schlagzeilen, jetzt gerade den letzten Schlagzeilen, jenen Menschen, die an Bord einer Maschine unsere Leben in der Hand haben als Piloten? Ich begrüße an dieser Stelle meinen nächsten Gast, den Präsidenten des österreichischen Pilotenverbandes, Flugkapitän Peter Wehr. Willkommen. Besonders viele Fragezeichen gibt es rund um den Flug 370 der Malaysia Airlines. Gibt es da irgendwelche aktuellen oder neueren Erkenntnisse? Naja, die neuesten Erkenntnisse, ich bin selbst akkreditierter Flugunfalluntersucher, sind, dass wir nach wie vor nichts Genaues wissen, dass bisher die größte Suchaktion, die es in der zivilen Luftfahrt jemals gegeben hat, abgelaufen ist. Es sind Mittel und Planungen vorhanden, diese Suche noch vielleicht ein ganzes Jahr weiter zu betreiben. Im Augenblick sind drei Schiffe im Südindischen Ozean unterwegs, kartografieren die Meeresoberfläche und versuchen dann durch Detailaufnahmen eventuelle Trümmer zu finden. So eine Suche kostet unfassbar viel Geld, da gehen viele, viele Millionen drauf. Die Frage ist, wird irgendwann einmal für eine solche Suche das Geld ausgehen und man wird sich damit begnügen, dass man einfach die Wahrheit nie erfahren wird oder glauben Sie, wird hier weitergesucht, bis man tatsächlich die Wahrheit kennt? Also ich persönlich glaube, dass die Maschine irgendwann einmal gefunden werden wird, aber ich würde mich nie auf ein Datum einlassen, das kann Jahre dauern. Angesichts vieler Krisengebiete müssen jetzt auch von Piloten Umwege geflogen werden, weil Gefahr vom Boden droht. Mit welchem Gefühl sitzt man da am Steuerknüppel beziehungsweise mittlerweile am Joystick, wenn man über Krisengebiete unterwegs ist? Das muss man etwas differenzieren. Als verantwortlicher Pilot, als Kapitän bekomme ich Informationen und letztlich, wenn diese Informationen gut sind, dann treffe ich persönlich die Entscheidung, ob ich ein gewisses Gebiet überfliege, wie hoch ich das überfliege. Diese Möglichkeit habe ich auch in rechtlicher Hinsicht als Kapitän einer Maschine. Es geht darum, dass diese Information gut ist. Dafür setzen wir uns als Pilotenverband auch ganz gewaltig ein, werden dabei auch unterstützt in Österreich von der Politik. Hat sich durch die Vorfälle und die Katastrophen im Flugverkehr des Jahres 2014 aus technischer Sicht am Boden oder an den Maschinen irgendetwas verändert, was dann das Fliegen hinkünftig noch sicherer machen wird? Es fliegen ca. 22.000 Verkehrsflugzeuge. Da dauert es schon eine Zeit lang, bis es zu technischen Veränderungen kommt. Aber es gibt bereits Konferenzen und man versucht neue Normen zu machen, wie wir unsere Ausrüstung vielleicht noch weiter verbessern können, um sowas unmöglich zu machen. Eigentlich hätten wir schon alles an Bord der Flugzeuge, dass man ein Flugzeug sehr gut verfolgen kann. Das heißt, ein Flugzeug vom Radar verschwindet, auf quasi Nimmerwiedersehen und kein Mensch weiß, wo es abgeblieben ist, könnte nach wie vor passieren? Könnte nach wie vor passieren, ist aber bisher in der ganzen Geschichte der Zivilluftfahrt der großen Jets einmal passiert. Wie sicher ist das Fliegen 2014 bzw. interessiert uns jetzt schon, wie sicher ist es 2015? Eigentlich fast ein Paradox, obwohl hier diese schrecklichen Bilder gerade gelaufen sind, ist wahrscheinlich das Jahr 2014 ein sehr gutes für die Flugsicherheit. Es gibt vier Unfälle westlicher Verkehrsmaschinen. Das scheint sich sehr gut zu entwickeln. Etwa 3,3 Milliarden Menschen werden sicher an ihr Ziel gekommen sein, schätzt die Weltvereinigung der Fluglinien. Und wenn die Menschen sicher landen, dann gibt es ja eine schöne Tradition, sehr, sehr oft, da wird geklatscht. Jetzt sagen Sie es mal ehrlich. Hören Sie das als Piloten durch die Sicherheitstüre überhaupt, ob geklatscht wird? Nein, durch die schusssichere Türe hören wir leider nichts, aber die Kabinencrew sagt es uns manchmal. Ah, ich verstehe. Okay. Und ist das eigentlich der richtige Moment, dann zu klatschen, wenn das Flugzeug bei der Landung den Boden berührt? Weil da ist man immer noch mit 250 Stundenkilometern oder so unterwegs. Genau. Es könnte ja sein, dass es nicht rechtzeitig bremst. Ich würde erst klatschen, wenn man so auf Schrittgeschwindigkeit ist. Ich verstehe. Gut. Zum ersten Mal in Ihrer Karriere bekommen Sie jetzt ein Klatschen fürs Abheben. Und Sie werden es hören. Vielen, vielen Dank, Herr Kapitän. Dankeschön. Und Robert, du bekommst jetzt zum ersten und zum einzigen Mal eine Landeerlaubnis bei mir. Darauf warte ich seit Jahren. Ich weiß. Also jetzt komm, wir spielen noch eine Runde allein gegen Gratkin. Dein Gegner ist Nazar. Es wird kein Rap, sondern ein Quiz-Battle. Die Spielregeln sind wie vorher. Ich stelle drei Fragen. Wenn ihr antworten möchtet. Buzzern. Alles klar. Wenn einer eine falsche Antwort gibt, hat der andere die Möglichkeit zu antworten. Seid ihr bereit? Ja. Alles klar. Hier kommt eure erste Frage. 10. Mai 2014, Finale des Eurovision Song Contests in Kopenhagen. Wir wissen alle, wer gewonnen hat. Conchita Wurst. Aber welches Land ist mit zwei Punkten letzter geworden? Ich könnte euch jetzt einen Hinweis geben, wenn ihr wollt. Bitte. Das Land hatte auch Bart. Mustache. Nazar. Klingt französisch. Also ich tippe mal Frankreich. Der Song hat Mustache geheißen und es ist Frankreich. Damit steht es 1 zu 0. Läuft bei mir. Okay. Ja. Ich kann mir, ich kann mir dich gut vorstellen, wie du, wie du im Pyjama vom Fernseher siehst und vom Vester aus. Schönes Bild, oder? Ein schönes Bild. Bitte vergiss das auch nicht. Ja. Du bist ja als Coach bei der Vorentscheidung mit dabei, ab 20. Februar. Worauf willst du Wert legen? Was macht für dich einen idealen Kandidaten für nächstes Jahr für Österreich aus? Wir haben ja gesehen, Vollbart ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Ich kann aber dieses Jahr nicht antreten, deswegen schaut es da nicht so gut aus für euch. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eben ein paar Songs gehört, schon von den Kandidaten. Da sind echt ein paar gute Musiker dabei. Und ich denke, wir werden bestimmt jemanden finden, der auch dann den Song authentisch rüber bringen kann und die Menschen damit bewegt. Super. Achtung. US-Präsident Barack Obama und Bundespräsident Heinz Fischer haben es abgelehnt. Helene Fischer hat es getan. Oliver Pocher. Ja? Ich glaube, es ist zu wissen, aber ich bin eigentlich schwer von dir enttäuscht. Spiel ich doch mit? Ja. Du wirfst ja eigentlich immer dafür, immer so schnell zu sein. Heute wirst du es nicht. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Das kann nur so ein Schwachsinn sein mit diesem Wasser-Dingspumps da. Wie heißt das? Ice-Packet-Dingspumps? Oder ist das? Das ist vollkommen richtig die Ice-Packet-Challenge. Das ist ein Schwachsinn. Das ist ein Schwachsinn. Das ist ein Schwachsinn. Und es freut mich umso mehr, weil du ja nicht weißt, was der Preis ist. Jetzt gibt es keine Medaillen, sondern dein Cousin war ja bei Dancing Stars mit dabei. Und der hat uns verraten, Herr Motteser, dass du ein ganz, ganz großer Batman bist. Deshalb bekommst du jetzt von unserer lieben Redaktion diese wunderschöne Batman-Hose. Ja, gut. Merci. Mit Umhang. Mit Umhang. Ja, mit Umhang. Robert, du bekommst auch was. Die trage ich heute für dich extra, ne? Also beim Schlafen gehen dann... Wo ein Batman, auch ein Robin. Okay. Gratuliere. Steht das sicher ganz hervorragend. Ein Team. Ein Team. Ja, vielen Dank. Ich danke dir, Nassar. Danke, Robert. Danke, Nassar. Danke, Sandra König. Ja, ich verwahr sie für dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Nassar geht, aber da kommen auch viele andere. Conchita Wurst, Andreas Burrani, alle schon im Anflug hierher. Aber vorher erinnern wir uns noch an andere Persönlichkeiten. Ein Ja wird immer geprägt von Menschen. Noch viel mehr als von Ereignissen. Von Menschen auf der einen Seite, die geboren werden. Und das, was ein Ja oftmals erinnerungswürdig macht, sind auch jene Menschen, von denen wir uns für immer verabschieden müssen. Und so ist die Zeit zu gehen bestimmt, wie eine Plattung vom Wind, gehst zum Ursprung zurück als Kind. Dann hab keine Angst und lass dich einfach dran. Weil es gibt was nach dem Leben, du wirst schon sehen. Einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich ja von oben zu. Auf meinen alten Tag leg ich mich dankend nieder. Und mach für alle Zeiten meine Augen zu. 2014 war ein großes Gedenkjahr. Heuer hat sich zum Beispiel der Ausbruch des ersten Weltkrieges zum hundertsten Mal gejährt. Im Sommer 1914 ist mitten in Europa ein Krieg ausgebrochen, der 40 Länder ins Chaos stürzt und eine neue Weltordnung hervorbringt. Und 2014 erinnern wir uns auch an den noch viel längeren und grausameren zweiten Weltkrieg, der vor 75 Jahren ausgebrochen ist und mehr als 50 Millionen Tote gefordert hat. Und das dritte große Thema in diesem Gedenkjahr 2014 war der Fall der Berliner Mauer. Der erste Schritt zur deutschen Wiedervereinigung, zu einem neuen Europa ist auch schon wieder 25 Jahre her. Schöne Momente vor 25 Jahren, aber auch das Jahr 2014 hat viel Schönes zu bieten. Ja, es gibt sie, die erfreulichen Geschichten 2014. Da war zum Beispiel die Europameisterschaft der Lehrlinge, wo Österreich ganze neun Mal Gold geholt und damit überlegen die Nationanwertung gewonnen hat. Und auch aus anderen Teilen der Welt gab es gute Nachrichten. So öffnete in New York das neue One World Trade Center seine Pforten. Fast 13 Jahre nach dem Terroranschlag vom 11. September wird in New York ein Kapitel geschlossen. Das neue World Trade Center wurde also in dem Jahr fertig gebaut, in dem die Berliner Mauer schon 25 Jahre gefallen war. Und wo wir gerade bei Jubiläen sind, Facebook wurde 2014 ganze 10 Jahre alt, die Barbie-Puppe 55 und Brigitte Bardot, Sophia Loren und Udo Jürgens feierten ihren 80er. Zu Ehren des Letzteren gingen die Menschen sogar auf die Straße. Immerhin einige Dutzend Udo Jürgens Fans kamen tatsächlich in Badematt. Weiters setzte sich in diesem Jahr ein Trend fort, der sich bereits 2013 mit der Wahl von Papst Franziskus abgezeichnet hatte. Aus dem Vatikan gehen positive Nachrichten um die Welt. Im Jänner ziert Franziskus als erster Papst das Cover des Rolling Stone Magazines. Und im April feierten tausende Menschen in Rom die Heiligsprechung der Päpste Johannes des 23. und Johannes Paul des Zweiten. Und auch Europas Königshäuser hatten 2014 ihre erfreulichen Momente. Die Niederlande feiern ihren neuen König. Wilhelm Alexander hat am Nachmittag in Amsterdam seinen Throneid abgelegt. Und noch schönere Nachrichten kamen aus London. Prinzessin Kate ist wieder schwanger. Und ohne die Fruchtbarkeit der Windsors in Frage stellen zu wollen, kann man wohl jetzt schon sagen, dass der königliche Nachwuchs im Umfang kleiner ausfallen wird als jener, der aus dem Bezirk Lilienfeld für Schlagzeilen gesorgt hat. Also Tigerfünflinge in Weiß zu bekommen ist extrem selten. Und noch mehr Österreicher hatten Grund zur Freude. Der Österreicher Georg Hiebel wurde heuer Weltmeister der Schnapsbrenner. Das größte, was wir jetzt erreicht haben. Und der Mathematiker Martin Heirer holte sich sogar die renommierte Fields-Medaille. Dieser Preis wird nur alle vier Jahre an Mathematiker unter 40 verliehen. Er gilt als der Nobelpreis der Mathematik und bis heute hat ihn noch kein Österreicher bekommen. Einen Fields- oder Nobelpreis wird Franz Müllner wohl nie bekommen. Gut, braucht er auch nicht. Denn der Mann beweist wieder einmal, dass er der stärkste Österreicher überhaupt ist. Das Schwierigste, was ich ehe mit dem. 140 Tonnen wiegt das Flugzeug, das Müllner da bewegt hat. Die Raumsonde Rosetta kann der Mann wahrscheinlich mit einer Hand hochheben. Die wiegt nämlich lächerliche drei Tonnen und hat im November dieses Jahres nach zehn Jahren ihr Ziel erreicht. Den Kometen Jury. Zwar gab es die ein oder andere Panne bei der Landung, aber Bilder und Geräusche erreichten dennoch die Erde. Übrigens, so ähnlich wie die Bilder vom Kometen Jury dürfte auch die Umgebung der beiden verunglückten Hüllenforscher ausgesehen haben. Gleich zweimal mussten in diesem Jahr aufwendige Bergungen durchgeführt werden. Beide gingen aber gut aus. Genau wie die Aktion, die wir uns für den Schluss unserer schönen Geschichten 2014 aufgehoben haben. Google Manager Alan Eustace bricht den einst so groß zelebrierten Rekord von Felix Baumgartner relativ still und heimlich. Mitbekommen tut es trotzdem jeder. Ein 57-jähriger Kanz und ich behaupte 99 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, die zu Hause jetzt sich den Fernsehbericht anschauen können, in zwei Wochen sind sie genauso fit, um das zu machen. Also mal sehen, vielleicht wird ja Abspringen aus mehreren tausend Metern Höhe der Massentrend 2015. Wenigstens hat man es dann im Spezialanzug schön warm, was beim großen Internet-Trend 2014 definitiv nicht der Fall gewesen ist. Wäre das Jahr 2014 ein Kinofill, dann hätte der wohl einen ziemlich coolen Soundtrack. Er war gerade so gespickt mit Hits. Das ruft automatisch die nun folgende Frau auf den Plan. Sie ist bei Ö3 für die Charts zuständig und ist damit quasi unsere Miss Austria, unsere Miss Austria Top 40, Elke Lichtennecker. Hallo Alla ganz. Ich präsentiere Ihnen jetzt die fünf besten Songs des Jahres 2014. Platz Nummer fünf ist ein Hit, der im März aus Australien über die ganze Welt gezogen ist. Der Song wurde als Video bereits über 400 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. Es ist ein preisgekröntes Video unter anderem wegen der Tänzerin, eine junge Dame aus Amerika, Maddy Ziegler ihr Name und sie ist gerade mal zwölf Jahre alt. Der Song heißt Chandelier von Sia. Ähnlich zierlich, aber mit einer ganz großen Gesangsstimme ausgestattet ist die nächste Dame im Ranking. Sie hat bei den MTV Music Awards groß abgeräumt. Bühne frei für Ariana Grande und Problem. Platz drei geht an eine siebenfach Remy-Preisträgerin und sie sagt uns in ihrem Hit ganz genau, wie man auf Kritiker reagiert. Taylor Swift sagt nämlich einfach Shake it off. Der nächste Hit ist zwar schon ein Jahr alt, aber trotzdem hat er sich auch im Jahr 2014 eine Spitzenposition unter den Ohrwürmern verdient. Pharrell Williams holt sich mit Happy. Platz Nummer zwei. Und ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden mit dem Hit, an dem heuer niemand vorbeigekommen ist. Egal ob Schlagerparty oder Danceclub, kein DJ konnte es sich leisten, diesen Song nicht zu spielen. Der Hit des Jahres 2014 kommt von Helene Fischer, Atemlos durch die Nacht. Ich bin ein Jahr alt, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, ein Verbrauch, deine Augen sieh'n mich aus. Atemlos durch die Nacht, spür was Lieben mit uns macht. Atemlos, spinne frei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute Gewicht, tausend Griffsgefühle. Alles, was ich bin, zeig ich nicht mehr. Moment. Bitte aussteigen. Halbier May, bitte, wenns geht, die Führerscheine sehen. Da hätten wir also den Juras Daniel. Und was ist denn das? Das sind jetzt die neuen, die modernen. Sehr gebrochen. Christopher Offenthaler, die Polizisten, sie sind es tatsächlich. Wahnsinn. Wir haben mit eurem Video zur Zeit, glaube ich, um die 3,5 Millionen Klicks auf YouTube. Wie oft habt ihr es selber schon angeschaut? Ja, so ein paar hundert Mal wird es schon dabei gewesen sein. 3,5 Millionen Mal, hallihallo. Wie ist es zu diesem Video gekommen? Es war ein wunderschöner, heißer Sommertag. Ruhig war es im Dienst. Und wir haben einfach spontan den Entschluss gefasst, dass wir uns eben dabei filmen. War eigentlich nur für den internen Gebrauch bestimmt, das Video. Ja, da habt ihr euch gedacht, stellen wir uns auf YouTube für den internen Gebrauch. Ja, so war das nicht. Das war wirklich für den internen Gebrauch gedacht. Wer es eingestellt hat, wissen wir bis heute nicht. Nein, Entschuldigung. Moment. Also, zwei der augenscheinlich besten Polizisten des Landes. Wollen wir jetzt weismachen, ihr findet den Täter nicht? Ja. Besten Polizisten vielleicht, was die Videos betrifft. Achso. Ernsthaft, ich weiss es nicht. Wir haben das Video an Kollegen geschickt, so zum internen Gebrauch. In unserer WhatsApp-Gruppe. Und dann hat es halt seinen Lauf genommen, das Ganze. Verstehe. Weiß der Kollege dazu irgendwas zu sagen? Ja, wenn wir es wissen, wer es ist, könnt ihr mal fragen. Ja, verstehe. Na gut, es wartet noch relativ viel Polizeiarbeit auf euch, nicht? Ja. Hat das Video in eurem Leben etwas verändert? Wie ist das jetzt bei der Verkehrskontrolle? Wird es ja da ernst genommen? Nein, jetzt sind wir gerade von unserer Tournee zurückgekommen, von der Wintertournee. Oh. Jena dann im Zoo gekämen? Nein. Nein, natürlich. Teilweise sprechen uns die Leute schon auf das Video an. Ja. Und sagen, hey, es hat sich nicht die zwei vom Video. Dann sagen wir kurz, ja, das sind wir. Ja. Aber Führerschein zulassen sich auch immer. Ja. Dann können wir dann im Nachhinein. Nein. Ernst genommen werden wir schon, aber ja. Ich verstehe alles, ja. Ich meine, eines muss man schon sagen. Ihr habt auch außerhalb von Spiel und Spaß und euren Sangelskünsten wirklich gute Arbeit geleistet. Ich glaube, du hast für etwas, was letztes Jahr passiert ist, auch heuer eine Medaille bekommen. Ja, das ist richtig. Das war im letzten Jahr im November eine Lebensrettung und da habe ich von der Frau Innenminister eine Medaille bekommen. Eine Lebensrettung. Lebensrettung. Danke. Kannst du kurz erzählen, was da passiert ist? Ja, das war eine psychisch kranke Frau, die sich von einer Brücke auf U-Bahn-Gleise stürzen wollte und ich mit meinem Kollegen, wir haben sie davon abhalten können. Tolle Sache. Also für alle eure Kritiker, die gesagt haben, naja, die Polizei, die Polizei, wirklich ein harter Dienst, den ihr da teilweise tut. Vielen, vielen Dank auch und noch alles Gute für euch und die Kollegen jetzt noch bis zur Weihnachtszeit und rund um Silvester. Danke. Wir freuen uns sehr auf das nächste Video. Habt schon was in Arbeit? Wir sind noch in Gedanken dabei, ob wir uns verwirklichen, wissen wir noch nicht. Also nein, wir konzentrieren uns auf den Berufe. Wir sind doch Polizisten und ein gutes Gefühl für uns alle. Das soll doch so bleiben. Ich danke euch ganz herzlich. Jetzt steigt ihr eure Schüssel und schaut bitte, dass ihr weiterkommt. Alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke schön. Tschüss. Und vielen Dank, dass ich einmal auf der anderen Seite stehen durfte. Nicht nur Polizistinnen und Polizisten haben sich 2014 um unsere inneren Angelegenheiten gekümmert, sondern natürlich auch Politikerinnen und Politiker. Und wow, die hatten 2014 eine Menge zu tun. Wer dachte, nach dem Superwahljahr 2013 werden die Schlagzeilen in diesem Jahr weniger von der Innenpolitik beherrscht, kennt unsere lieben Volksvertreter und innen aber schlecht. Straßenschlachten. Betrugsvorwürfe bei der Schlacht um eine Straße. Das sind ja Ostblockverhältnisse. Kampfflugzeuge und Drogen. Ja, all diese Themen und noch mehr hatte Österreichs Politik 2014 zu bieten. Und dabei hat das politische Jahr so harmlos und schön begonnen. Die größte Einkaufsmeile des Landes soll zur Fußgänger- und Begegnungszone werden. Was letztes Jahr als Idee begann, sollte im März dieses Jahres dank Volksbefragung endlich Wirklichkeit werden. Danke, danke, danke. Und jetzt an dieser Stelle wirklich ein riesiges Dankeschön. An den Kosten für den Umbau der Maria-Hilfer-Straße von knapp 25 Millionen Euro stört sich übrigens kaum jemand. Wahrscheinlich, weil man als Steuerzahler hierzulande schon froh sein kann, wenn man was Echtes für sein Geld bekommt. Nicht selten hatte man ja auch 2014 das Gefühl, das Geld, ja das verschwindet einfach. Manchmal sogar milliardenfach. Wie viele Milliarden es in der Causa Hypo am Ende genau sind, konnte auch 2014 noch nicht herausgefunden werden. Andere Kosten hingegen kennt man genau. 800.000 Euro kostete der Einsatz von 1.400 Polizisten gegen 19 Hausbesetzer im Sommer dieses Jahres. Und das alles nur, weil sich die Besitzer des Hauses verspekuliert hatten. Doch wenigstens hat man bei der Polizei noch Geld für große Einsätze, könnte man jetzt positiv anmerken. Denn das Bundesheer scheint selbiges ab diesem Jahr endgültig nicht mehr zu haben. Wenn da beispielsweise Rekruten gebrauchte Hemden tragen müssen, wenn sie nicht passen, wird halt ein bisschen was weggeschnitten. Wenn Angelobungen gestrichen werden, weil sich das sehr die Fahrt der Grundwehrdiener nicht mehr leisten kann. Oder Kasernen verkauft werden oder man mit alten Saab-Maschinen statt mit den neuen schnittigen Eurofightern abheben muss, weil die halt billiger fliegen. Wobei in diesem Fall sollte sich die Sparmaßnahme sogar als Glücksfall erweisen. In Österreich machen wieder die Eurofighter-Probleme. Jetzt wurden Baufehler am Heck entdeckt, die die Haltbarkeit der Jets deutlich reduzieren. Das Heer beruhigte sofort. Erst in 15 Jahren wird der heuer bekannt gewordene Mangel zum Problem. Gut also, dass wir die Flieger so wenig verwenden. Wobei bei Kosten von 60.000 Euro pro Flugstunde gibt es halt jede Menge Einsparungspotenzial. Ja, Finanzminister zu sein, das war in diesem Land schon mal leichter. Und dennoch war die Meldung am 26. August aus dem Finanzministerium die Überraschungsschlagzeile des Jahres. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute mitteilen, dass ich mit dem heutigen Tag von all meinen Ämtern in der Partei und in der Bundesregierung zurücktrete. Spindeleggers Rücktritt sorgte dafür, dass der Bundespräsident am 1. September neue Regierungsmitglieder anzugeloben hatte. Aber der Präsident konnte das ja in den letzten zehn Jahren mehr als genug üben. Und so klappte alles ohne jegliche Zwischenfälle. Doch nur kurze Zeit nachdem die neue Regierung angelobt wurde, gab es schon die ersten kleinen Differenzen. Stichwort Steuerreform. Jetzt sind einmal die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dran, liebe Freunde. Aber noch hält sie die neue Regierung. Hansjörg Schelling arbeitet als neuer Finanzminister und Reinhold Mitterlehner ist seit 1. September Vizekanzler und ÖVP-Chef. Mitterlehner ist ein bürgerlich-liberaler und kein christlich-konservativer. Von den Wählergruppen her ist das ein Vorteil, denn die ÖVP verliert ja am Neos und Grüne und nicht an eine extrem konservative Christenparteistimmen. Für die Wahl in Vorarlberg kam die Wende der ÖVP offenbar zu spät. Dort verlor man die absolute Mehrheit und wird in Zukunft mit den Grünen eine Koalition bilden. Die Neos enttäuschten übrigens bei den Vorarlberg-Wahlen, schafften es aber dafür mit einem anderen Thema etwas unfreiwillig in die landesweiten Schlagzeilen. Als erste Parlamentspartei haben die Neos am Samstag die Freigabe von weichen Drogen beschlossen. Fazit, es wird einfach nicht langweilig mit Österreichs Politikerinnen und Politikern und nächstes Jahr stehen sogar vier Landtagswahlen an. Mal sehen, wer dann in Feierlaune sein wird. Auf Wiedersehen. Die Formel-1-Weltmeister Niki Lauda und Doto Wolf suchen gerade Parkplatz oder stecken vielleicht auch in der Begegnungszone fest, aber wir warten sie in Kürze. Heute kratzen wir in der Zwischenzeit die Kurve jetzt von der harten Welt der Innenpolitik zu den schönen und im Jahr 2014 durchaus auch manchmal etwas teuren Künsten. Das Kulturjahr 2014. Alle Leute hier vorne schreien, alle Leute hier links schreien. So bunt und abwechslungsreich das Kulturjahr 2014 auch gewesen ist, die ganz großen Schlagzeilen der Kulturberichterstattung machten heuer Menschen, die eigentlich hinter den Kulissen arbeiten sollten. Im Burgtheaterskandal hat sich heute zum ersten Mal die entlassene Vizedirektorin zu Wort gemeldet. Bereits 2013 nahm der Skandal um die Millionenverluste des Wiener Burgtheaters seinen Lauf. Doch es war im März dieses Jahres, als der frischgebackene Kulturminister Ostermeyer die Notbremse zieht. Matthias Hartmann ist heute fristlos entlassen worden. Und es sollte nicht der letzte Akt in diesem Stück bleiben. Knalleffekt in der österreichischen Kulturszene. Georg Springer, Chef der Bundestheaterholding, hat soeben seinen Rücktritt bekannt gegeben. Mittlerweile kommuniziert man nur noch über das Gericht. Am 28. Juni ging in Sarajevo das Friedenskonzert der Wiener Philharmoniker über die Bühne. Das Konzert am Jahrestag der Ermordung Franz Ferdinands war der Höhepunkt einer ganzen Reihe von Schwerpunktaktionen für das Gedenkjahr 2014. Wie zum Beispiel die Dokumentation Der Weg in den Untergang oder der Tatsachen-Thriller Sarajevo von Emmy-Preisträger Andreas Prohaska. Wie alt ist Franz Josef jetzt? 83? 84. Er wird bald sterben. Dann wäre Franz Ferdinand Kaiser geworden. Der Film erzählt das folgenschwere Ereignis aus der Sicht des Justizbeamten Leo Pfeffer, der die Untersuchungen zum Attentat leitet. Was mir wichtig war, war einfach sozusagen einen investigativen Thriller zu erzählen auf Basis der historischen Ereignisse. Sarajevo war übrigens eines von vielen kofinanzierten Projekten des ORF im Filmjahr 2014, welches im Übrigen ein sehr abwechslungsreiches gewesen ist. Egal ob packende Dokumentationen, skandalträchtige Szenen oder einfach nur gute Unterhaltung. Mehr noch als alles andere belastet mich die Gegenwart meiner Frau. Ich hasse sie. Der österreichische Film hat seinen Zuseherinnen und Zusehern ein spannendes Jahr geboten. Wahnsinn! Und jetzt Salzburg. Natürlich Salzburg, wie jeden Sommer. Aber man kann und will doch gar nicht an den Salzburger Festspielen vorbei, wenn man über die Kultur-Highlights des Jahres berichtet. Ganze 266 Vorstellungen wurden den über 270.000 Besuchern heuer geboten. Dabei gab es gleich 17 Oper- und Theaterpremieren zu erleben, darunter auch Il Travatore mit Anna Metrebko und Placido Domingo. Und der Rosenkavalier, dirigiert von Franz Welser-Möst. Selbiger hat übrigens am Rande der Festspiele ein aus heutiger Sicht recht bemerkenswertes Interview gegeben. Heißt das, dass wir Sie am Opernball begrüßen werden dürfen? Naja, hier und da kann ich mich dem nicht entziehen. Dass er das sehr wohl kann, sollte sich bereits wenige Tage später herausstellen. Ein Rücktritt in der Opernwelt sorgte heute für Aufregung. Franz Welser-Möst wirft als Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper das Handtum. Also ich kann mich damit nicht so identifizieren, wie ich das von meinem Amtsverständnis her sollte. Und deshalb trete ich zurück. Ich bedauere diese Situation, weil ich viel Respekt für den Franz Welser-Möst habe. Schon wieder ein ehrwürdiges Haus mit negativen Schlagzeilen. Fast hätte man sich ernsthafte Sorgen machen müssen. Doch dann kamen im Oktober endlich mal gute Nachrichten aus dem Burgtheater. Karin Bergmann wurde, als erste Frau in der Geschichte, zur Direktorin ernannt und die Betroffenen sind sich sicher, dass die schwierigsten Zeiten jetzt überwunden sind. Das war wirklich ein Jubelschrei, so wie wir es eigentlich unseren Premieren wünschen, wenn der Vorhang zugeht. So war das jetzt mal von uns aus, aus Herz und Hirn, volle Zustimmung. Ich freue mich jetzt auf eine der meistbeschäftigten österreichischen Schauspielerinnen. Sie ist aus Film und von den Bühnen dieses Landes nicht mehr wegzudenken. Herzlich willkommen bei uns, Maria Köstlinger. Die Kulturvertretung, das ist eine Ehre. Sozusagen quasi so eine Art Kulturministerin jetzt, ne? Das war ein sehr, sehr arbeitsreiches Jahr für Sie. Sie haben zum Beispiel einen Tatort gedreht, der kommt dann 2015. Auf unsere Bildschirme können Sie uns verraten, wer der Mörder ist? Nein, selbstverständlich nicht. Okay, verstehe, das habe ich mir fast gedacht. Eine weitere große Produktion haben Sie ebenfalls zu Ende gebracht, nämlich die Vorstartweiber, eine neue ORF-Serie, die ebenfalls noch auf uns zukommt. Da ist die letzte Klappe jetzt schon gefallen? Die letzte Klappe ist schon gefallen. Im Jänner 2015 geht es los und das war eine tolle Zeit. Eine großartig geschriebene Serie. Drehbücher, die man nach Hause bekommt, wo man unendlich lustvoll hineinliest und sich irrsinnig freut. Da dabei zu sein, eine ganz spannende Geschichte. Fünf Weiber, Frauen, Damen, die aus der besseren Gesellschaft kommen und in ihrer heilen Welt, in ihrer Verdess und im Geldausgeben sehr, sehr gut sind. Und dann fängt alles langsam an zu bröckeln. Und das Liebesleben und die Bosheit und die Intrigen nehmen seinen Lauf. Und ja, dann schauen wir mal. Eine Satire. Wir freuen uns drauf. Am 1. Juni dieses Jahres hat mit Ihnen die gesamte deutschsprachige Theaterwelt getrauert. Ihr Mann, der Burgschauspieler Karl-Heinz Hackl, hat seinen langen Kampf gegen den Krebs verloren. Sie sind am nächsten Tag schon wieder in der Arbeit gewesen. Und viele haben sich gefragt, wie schafft Sie das? Weil man muss. Das ist, glaube ich, mal in verschiedensten Berufen gar nicht anders möglich. Da hängt ein großes Team und viel Geld und alles Mögliche zusammen. Und da muss man einfach, abgesehen davon, dass es ein sehr, sehr tolles Team war, die mich gut aufgefangen haben. Und ich wusste, dass ich wohin komme, wo Leute sind, die tatsächlich sensibel mit dieser Situation umgehen. Und so habe ich mich wohl gefühlt und wirklich wie in einer Familie gefühlt. Und das hat mir geholfen, das zu schaffen. Und das fühlt sich wahrscheinlich dann auch an, so ein bisschen in unserem Beruf, eine Art von Therapie, die du machst. Und du musst verdrängen und du musst auch eben diszipliniert und konzentriert sein. Und das verlangt es. Und dann macht man das. Und dann geht es auch irgendwie. Ihre Tochter ist 13 Jahre alt und ist auch Schauspielerin. Naja, nein. Also sie ist jetzt schon 14 und sie möchte gerne ins Musical. Aber ich habe so eine Kinder- und Jugendtheatergruppe mit dem Verein gut gebrüllt. Und da machen wir jedes Jahr ein Stück und da spielt sie fleißig mit. Es gibt so wahnsinnig viele Menschen, die auch in diesem Jahr 2014 einen ähnlichen, einen großen Verlust erlitten haben. Und oftmals weiß man nicht, wohin mit der Trauer, wohin mit diesen enormen Gefühlen. Und ja, Sie haben vollkommen recht, in vielen Berufen kann man sich die Trauer gar nicht wirklich leisten. Was raten Sie den Menschen, die so etwas durchmachen müssen? Also mein Mann hat mir immer gesagt, Maria, aufgeben tut mir einen Brief. Und ich weiß einfach, dass Ihnen das persönlich, was mich betrifft, ein Anliegen immer war, nicht aufzugeben. Und das Im-Moment-Leben ist tatsächlich so eine Floskel, aber es hilft enorm weiter, im Moment zu leben. Und ich glaube, dass jeder seine Trauer für sich ausmachen muss. Und die Zeit ist auch kein Kriterium. Der andere braucht länger, der andere braucht kürzer. Aber mit viel Liebe und viel im Moment und mit vielen tollen Freunden, glaube ich, schafft es so mancher ganz gut. Danke, dass Sie uns ein bisschen dieser positiven Kraft, dieser Ausstrahl teilhaben lassen. Ihr Applaus. Vielen, vielen Dank, Maria Köstinger. Dankeschön. Vom Theater zum Zirkus, sozusagen. Denn 2014 war auch das Jahr, in dem der größte Zirkus der Welt wieder rot-weiß-rot geworden ist. Die Formel 1. Das aus österreichischer Sicht schönste Comeback des Jahres verdanken wir Österreichs beliebtesten und medienscheuesten Milliardär und der Tatsache, dass diesem zwei simple Worte eines anderen weit weniger beliebten Milliardärs reichten, um richtig tief in die Tasche zu greifen. Why not? Ja, warum nicht, sagte Bernie Ecclestone Anfang 2013 auf die Frage, ob man nicht wieder in Österreich Formel 1 fahren könnte. Daraufhin wurden von Red Bull satte 200 Millionen Euro investiert. Davon 70 Millionen in die Rennstrecke und 130 Millionen in Tourismus und Umgebung. Darunter auch so Aktionen wie, bau dein Haus schön um, Herr Matteschitz zahlt. Das Material. Der Zaun ist da gestrichen, man sieht es da. Und hinten runter die Mauer haben wir neu gestrichen. Ob die Investitionen auch für Red Bull etwas bringen, war dabei für Matteschitz offenbar nie Thema. Das Projekt Spielberg ist langfristig angelegt und eines ist klar, für die Region ist die Rückkehr der Formel 1 ein Volltreffer. Wir haben alle eine Mut zufrieden. Wir werden heute noch feiern. 70 Millionen Wertschöpfung pro Jahr, 270 neue Arbeitsplätze und sogar 1260 kurzfristige Arbeitsplätze vor und nach dem Formel 1 Zirkus. Und der ist ja eigentlich der größte Vorteil an der Sache, denn endlich rauschten in Spielberg wieder die Königsklasse-Motoren. Auch wenn die heuer irgendwie anders geklungen haben als sonst, den Fans war es egal. Sie kamen in Scharen und erlebten ein spektakuläres Rennwochenende mit einem Sieger aus Deutschland, für den es am Ende der Saison nur ganz knapp nicht zum Weltmeistertitel reichen sollte. Nico Rosberg siegte vor Lewis Hamilton, der ja mittlerweile bekanntlich amtierender Formel 1 Weltmeister ist. Das war der einzige kleine Wermutstropfen beim großen Spielberg-Comeback. Österreichs Formel 1-Fans hatten nichts zu jubeln, denn auch der große Heim-Grand Prix brachte Red Bull kein Glück. Es war eine Saison zum Vergessen. Das galt besonders für den amtierenden vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel. Der große Schritt blieb leider aus. Vettel hat Red Bull mittlerweile verlassen, nach Spielberg wird er aber nächstes Jahr in jedem Fall zurückkehren. Denn der Österreich-Grand Prix findet auch 2015 wieder statt. Also bereits ein fixierter, erfreulicher Termin im neuen Jahr. Jetzt, wo das Comeback erfolgreich absolviert ist, kann man das ja mit Sicherheit so sagen. Das schöne Mädchen wäre bei mir. Vielleicht haben Sie es ja gesehen. Lewis Hamilton weiß, er ist Weltmeister und er dreht seine Siegesrunde und er schwenkt eine Fahne aus dem Cockpit. Und ich sitze vor dem Fernsehen und denke mir, was schwenkt er da? Die britische Flagge? Warum nicht rot, weiß rot? Die beiden Herren, die hier kommen, die hätten sich das Weißgott verdient. Hier sind die frischgepackenen Weltmeister Nikila Uda und Mercedes-Motorsportchef Toto Wolf. Sowie Ernst Hausleitner, unser Experte der Formel 1 im ORF. Außerdem frischgepackene Romy-Preisträger. Sowie Ernst Hausleitner, unser Experte der Formel 1 im ORF. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Robert, du bist hier. Bitte was? Du bist hier, es freut mich. Niki, bleiben wir gleich bei dir. Seit heuer vierfacher Formel 1 Weltmeister, dreimal am Lenkrad, einmal im Aufsichtsrat. Was freut denn da mehr? Oder freust du dich überhaupt über irgendwas? Natürlich freue ich mich über irgendwas. Was empfindet Nikila Uda Freude? Mehr jetzt wie früher, weil früher war ich selber verantwortlich und habe mehr Gas gegeben, Weltmeister, mehr Bremse, kein Weltmeister. Und heuer ist es ein Riesenteam, was wir, der Toto und ich, gemeinsam zusammengebaut haben. Und mit den ganzen Mitarbeitern 1.200, mit Luis und dem Nico das zu gewinnen, macht mir jetzt mehr Freude. 1.200 Mitarbeiter arbeiten in eurem Team am Erfolg? Motoren und Auto. Jawohl. Wow. Schlecht. Und wir haben einiges zu tun gehabt, denn das Formel 1 Jahr 2014 hat viele technische Änderungen gebracht. Toto Wolf, die Aufregung war da teilweise groß, aber rückwirkend gesehen für euch kein Schaden. Ja, es war natürlich eine große Reglementeränderung und am Anfang war das Testen so kompliziert, dass man überhaupt sich erwartet hat, dass nicht viele Autos das Ziel erreichen werden. Aber es war dann ganz anders. Die Ingenieure haben wirklich eine gute Arbeit geleistet und am Ende war es dann eines der spannendsten Jahre, auch wenn es natürlich für uns leichter ist, das so zu sehen. Aber ich glaube, die Show war groß. Ernsthaus Leitner, erst einmal Gratulation nochmal zur Romy 2014. Dich und den Alex Wurz. Danke sehr. Man muss sich ja vorstellen, du reist als Reporter und Kommentator mit der Formel 1 durch die ganze Welt. Da sind tolle Stationen bei Abu Dhabi, Monaco, Singapur und jetzt halt wieder Österreich. Ja, bleiben wir daheim. Das war doch sicher eine gute Nachricht für dich, dass du mal nicht weit fliegen musst. Es war zum einen eine gute Nachricht, aber zum anderen eine, mit der eigentlich niemand gerechnet hat. Also das war eigentlich nicht absehbar, dass der Grand Prix wirklich nach Österreich zurückkehren wird. Und als er dann da war, haben wir uns alle riesig gefreut. Und ich glaube, man hat da auch einen Maßstab gesetzt im Punkt auf Vermarktung und im Punkt, wie man so ein Formel 1 Wochenende aufziehen kann. Das sage ich jetzt nicht durch die rot-weiß-rote Brille durch, sondern es haben viele, viele Medienkollegen, Journalistenkollegen auch gesagt, dass der Österreich Grand Prix wirklich herausgestochen ist aus dieser Serie der 19 Grand Prix heuer. Ist das so? Ja. Die erste Anreise war kurz, 20 Minuten war für uns einmal toll. Aber was hier geschaffen wurde, hast du vollkommen recht, unglaubliches Fernsehspektakel, nämlich auch vom Publikum und das Rennen selber. Und dass wir beide natürlich Red Bull am Red Bull-Kurs geschlagen haben, war die besondere Freude. Das denke ich mir, dass das jetzt kommen muss. Ist echt klar. Formel 1 bei uns in Österreich, schön und gut, aber was ich natürlich wahnsinnig viele von Herzen wünschen würde, ist auch wieder einmal einen österreichischen Fahrer oder vielleicht auch eine Fahrerin. Ich denke da jetzt zum Beispiel an deine Frau Toto, die eine hervorragende Rennfahrerin ist. Oder auch der Neffe von Gerhard Berger, soll ja sehr talentiert sein. Ja, es ist natürlich schwierig, bis in die Formel 1 zu kommen. Und es fehlt in Österreich leider an der Dichte, auch in den unteren Kategorien. Es ist ein sehr kommerzieller Sport geworden. Du brauchst Budget, um dich durch diese Serien hochzuarbeiten. Und die Susi ist in einer guten Position bei Williams, wobei sie nur zur Hälfte Österreicherin ist. Oder weniger, wenn man sie fragt. Aber du bist die österreichische Hälfte. Ja genau, ich bin die Hälfte, aber sie wehrt sich dagegen irgendwie. Du bist ja der Mann, du bist nur vor der Hälfte. Ja, ich mache wirklich Druck. Mann, ich bin immer so lehrreich mit dir. Ich mache Druck, du machst ja auch Druck. Ja, ja, motiviere sie jeden Tag. Also vielleicht machen wir sie zur Österreicherin und vielleicht kommt sie in ein Auto. Aber der Lukas Auer, der Neffe von Gerhard, hat großes Talent. War in der Formel 3 richtig gut dabei. Und jetzt muss man sehen, wie es die nächsten Schritte weitergeht. Wenn wir schon beim Nachwuchs sind. Ich habe gehört, Niki, dein fünfjähriger Sonder, Max ruft durchs ganze Haus, ich werde Weltmeister. Freut dich sowas? Nein. Er fährt auch dann mit dem Roller und sagt, ich werde Weltmeister und fährt voll in die Tür. Dann sage ich zu Birgit, das wird kein Weltmeister. Wäre das jetzt ernsthafterweise schwierig für dich, wenn deine Kids da irgendwann einmal im Cockpit landen? Mir wird immer wieder erklärt, wenn die Kids die Gene haben, dann soll man sie lassen. So, glaubst du, dass ich jetzt mit meinen Genen dem Max oder dem Mia schon das Rennfahrerleben hineingetan habe? Das ist die große Frage. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sie natürlich sehen zu Hause, wenn der Vater Rennfahrer war, werden sie natürlich mit dem Ganzen, wachsen sie mit auf. Aber ich glaube, sie müssen erst selber dann durch Go-Kart fahren und andere Dinge überhaupt erkennen, ob sie es können. Aber du hast ja ähnliche schon durchgemacht, beim Matthias, der dann auch GP2 gefahren ist, DTM gefahren ist, also der hat auch die Gene mitbekommen. Der hat sich gegen meinen Willen, wirklich. Der Lukas hat das dann hinter meinem Rücken für seinen Bruder organisiert und durchgesetzt. Weil damals war ich komplett dagegen, weil die Gefahrengröße war natürlich viel mehr als heute. Aber grundsätzlich sage ich ja mal, der soll mal machen, was er will. Die Mia fährt besser mit dem Roller, wie der Max, nur so nebenbei. Also man könnte hier auch wählen zwischen Susi, Mia und so weiter. Aber ich würde auch mal sagen, ich lasse das lieber in Ruhe und dann schauen wir, was herauskommt. Niki Lauda hat uns ja für diesen heutigen Jahresrückblick des Leitungswassers spendiert. Vielen Dank dafür. Gern geschehen. Und deswegen erhebe ich einmal auf euren Erfolg das Gas auf euch und auf uns. Applaus Oh, 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 oh. Wer fiert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lang wir Freude und Tänchen schon teilen. Hier geht jeder für jeden mit Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit. Auf diese Zeit. Aus dem Moment, der immer bleibt. Wir haben Flügel, schwören uns ewige Treue. Vergolden uns diesen Tag. Ein Leben lang ohne Reue. Vom ersten Schritt bis ins Grab. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit. Auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns. Auf dieses Leben. Auf den Moment, der immer bleibt. Oh, oh, oh. Ein Vorwerk aus Händen auf Wiener. Ein Vorwerk schütt durch die Nacht. So viele Liegster sind geblieben. Ein Augenblick, der uns unsterblich macht. Unsterblich macht. Wo sind die Hände? Ich will alle Hände sehen. Auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns. Auf dieses Leben. Auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch aufs Händen auf Wiener. Ein Vorwerk aus Händen auf Wiener. Ein Vorwerk schütt durch die Nacht. So viele Liegster sind geblieben. Auf uns. 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 Kolumbien verliert aber seinen absoluten Superstar und Leistungsträger Neymar. Diagnose Wirbelbruch. So manch ein Brasilianer soll nach dem Spiel gesagt haben, das war das Schlimmste, das uns passieren konnte. Ein großer Irrtum, wie sich nur vier Tage später herausstellen sollte. In einem historischen Halbfinale jubeln die Deutschen über ein 5 zu 0. Nach 30 Minuten. Insgesamt geht Brasilien am Ende mit 7 zu 1 gegen Deutschland unter und jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, die Niederlage hätte tatsächlich sogar noch höher ausfallen können. Brasilien trauerte. Die Welt staunte über Deutschland und für viele war der vierte WM-Titel für unsere Nachbarn jetzt nur noch Formsache. Das sahen die Argentinier, ein voran der viermalige Weltfußballer Lionel Messi natürlich etwas anders. Was folgte, war ein Duell auf Augenhöhe. Entscheidend sollte sich dieses Spiel erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung, dann aber durch ein Tor, das eines Weltmeisters mehr als würdig gewesen ist. Und da ist der Ball im Tor! Kratze! Deutschland im Freudentaumel. Der erste WM-Titel seit 24 Jahren und das erste Mal überhaupt, dass eine europäische Mannschaft in Südamerika zum Weltmeister wurde. Ich habe heute abends das erste Mal geweint. Ob die Südamerikaner allen voran die gedemütigten Brasilianer jetzt erst recht zurückschlagen, man wird es erfahren in vier langen Jahren. Zugegeben, es war nicht leicht, alle herzubekommen. Es war wirklich nicht leicht, alle Termine zu koordinieren. Und ich freue mich sehr, Ihnen verkünden zu dürfen, wir haben es geschafft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sind alle Österreicher, die für uns in Brasilien im Finale am Rasen dabei waren. Das ist Gabriel Kuhn! Der Gabriel ist hauptberuflich selbstverständlich Fußballer, aber nebenberuflich jetzt Schüler in der ersten Klasse? Ja. Wie alt bist du genau? Siehme. Sicher? Ja. Wunderbar. Denn ich glaube, das ist schon etwas, was sehr, sehr viele jetzt neidisch macht. Du warst wirklich dabei. Wir können uns die Bilder gleich auch noch einmal anschauen. Rio de Janeiro, der 13. Juli 2014, 79.000 Menschen im Stadion. Und du. Schau mal. Es gibt ja nicht viele Österreicherinnen und Österreicher, die jetzt wüssten, wie das ist, in so einem Moment tatsächlich am grünen Rasen zu stehen, beim WM-Finale. Wie war das? Gut. Gut. Punkt. Verstehe. Du bist kein Mann der großen Worte. Wie alle Spitzensportler. Ich verstehe das. Aber wenn ich jetzt schon einmal mit jemandem hier wirklich fachlich qualifiziert über Fußball reden kann, dann sag mir doch bitte, was hältst du momentan jetzt von der österreichischen Nationalelf? Wie bist du mit dem Trainer und den Spielern zufrieden? Ja. Schon. Ja, schon. Ja. Ja. Ja, da hast du vollkommen recht und viele sehen das wie du. Denn, meine Damen und Herren, die EM ist zwar erst 2016, aber in der Quali hat sich unsere Nationalelf schon verdammt gut geschlagen. Vier Spiele. Vier eindrucksvolle Auftritte unserer Mannschaft. Unentschieden gegen Schweden. Sieg gegen Moldawien. Sieg gegen Montenegro. Und Sieg gegen Russland. Schade, Doppelfahrt. Das gibt es. Da gibt es eine Hälfte, ja. Jawohl. Hier ist die Flanke nicht schlecht. Ja, wieder. Und es gibt elf Meter. Kommt nicht an den Ball. Franke gut von klein in Richtung. Zweite Stange gezogen. Aber da gibt es eben die Situation, wo es gut ist, dass sie behauptet. Von Stülper. Vor der Ball hinter der Linie. So machen wir mal los. Und gut hier. Das bedeutet nach vier Spielen 2014 die Tabellenführung in unserer Gruppe. Ein schönes neues Lebensgefühl für rot-weiß-rote Fußballfans. Österreich. Auf Platz 1. Gerda Rogers, die Frau, die jetzt schon weiß, wie die EM 2016 ausgehen wird. Aber darüber reden wir dann ein bisschen später. Schauen wir mal jetzt, wenige Tage vor dem Ende dieses Jahres, auf das nächste. Die Sterne für das Jahr 2015. Also starten wir mit dem Schützen. Ja, gerne. Ja, die kommen in die Saturn-Phase. Die werden sich von einigen befreien. Die setzen schon an zum Befreiungsschlag. Das kann auch die Partnerschaft treffen. Die Steinböcke. Sind ja die realistischen, vernünftigen Sternzeichen. Die sind weiter auf wirtschaftlichen Erfolgskurs. Haben sehr viel schon geändert. In diesem Jahr geht toll weiter. Die im Wassermann Zeichen geboren haben. Die sind ruhig geworden. Die waren immer so unruhig, so Freiheitsliebe. Und auf einmal merke ich, wie die Wassermänner heiraten wollen. Wie sie sich finden. Auf einmal kann man leben mit ihnen. Toll, das werden sie weiter fortsetzen. Kennst du nicht die Wassermannfrau, weil du jetzt so schmunzelst? Äh, nein. Ich kenne Fische. Ja, anlehnungsbedürftig. Wirklich. Musst du recht lieb mit ihnen sein. Dann kriegst du viel zurück. Aber auch die Fische lassen sich jetzt nicht mehr so viel gefallen, wie es einmal war. Und haben sich befreit. Aber sind eher auf neuen Ausbildungen. Partnerschaft haben sie jetzt ganz gut im Griff. Die Wiedergeborenen. Ja, das sind ja wirklich die Himmelsstürmer, die Manager, die auf Reformkurs sind. Und das wirklich jetzt absolut 2015. Alles in die Höhe bringen, was sie sich vorgenommen haben. Stirn? Jetzt hast du es bald überstanden, Robert. War eine schwierige Zeit bei den Stieren. Sehr anstrengend. Aber sie verlieren nicht den Boden unter die Füße. Ja, freu dich. Du, ein bisschen darfst du noch erotisch flirten. Und ab dem Sommer ist aus. Kommst du in die Haube. Dann wird es ernst mit dir. Ach, interessant. Es wird Zeit, dass ich dich unter die Haube bringe. Ja, die Zwillinge. Die müssen sich momentan ein bisschen in Geduld üben. Haben das zu tun in Opposition. Und das sind nicht die Geduldigsten. Aber die sind aber auch momentan ein bisschen auf Partnerschaftskurs. Auf Neukurs. Krebs. Familienmenschen planen jetzt wieder mal ihr Häuschen. Bauen sich wirtschaftlich aus. Ja, toll. Aber die haben auch eine schwierige Zeit gehabt. Wie geht es im kommenden Jahr den Löwen? Endlich wieder glänzen. Sie strahlen sie. Und ich muss sagen, sie sind ja wirklich sehr fleißige Menschen. Beruflich sehr, sehr gut. Und gehen ab Karriereleiter weiterhin auf. Die Jungfrauen 2015. Ja, ein bisschen gedämpft. Nicht so gut. Gefällt mir nicht so gut. Also vor allem beruflich überlegen sie sehr viel, wohin der Weg geht. Aber auch privat. Also alle Singles momentan, sie werden nicht den richtigen finden. Wort. Ja, so. Waage. Sie sind schon wieder in Harmonie. Denen geht schon wieder sehr, sehr gut den Wagen. Ja, ich mag sie. Sie sind künstlerische, harmonische Menschen. Sie haben die Harmonie wieder. Geht so weiter. Und was bringt das Jahr 2015 den Skorpionern? Ja, also das sind die Kämpfer. Die beißen sich wirklich hinein in ihre Arbeit. Verfolgen hartnäckig ihre Ziele. Und sie haben schon sehr begonnen. Jetzt im heurigen Jahr. Aber das kommende Jahr, da wird noch ein Schäuferl nachgelegt. Es geht steil bergauf. Na wunderbar. Vielen Dank, Gerda Rogers. Gerne. Für zumindest eine Skorpion-Dame, übrigens Aszendent Steinbock, war es aber definitiv jetzt schon, 2014, das Jahr ihres Lebens. Es war einer dieser TV-Momente, wie man ihn nur selten erlebt. Und wer live dabei war, wird wohl noch in sehr vielen Jahren genau wissen, wo und mit wem er diese Szenen erlebt hat. Gut, vielleicht wird man jetzt schon nicht mehr wissen, wie der nette Typ mit der Brille eigentlich geheißen hat. Aber was er gesagt hat, wird einem noch lange in Erinnerung bleiben. Österreich gewinnt den Eurovision Song Contest. Bis heute klingt das irgendwie unglaublich. Wahrscheinlich deshalb, weil aus Österreich das zuletzt erleben durfte, die TV-Bilder noch nicht einmal bunt gewesen sind. Vielleicht scheint es aber auch deshalb so unwirklich, weil man nicht so recht wusste, wie die Welt auf den Ex-Armenia-Kandidaten und Travestie-Künstler Thomas Neuwirth reagieren würde. Die Reaktionen auf Conchita-Wurst waren seit jeher gemischt. Einige störte ihre Erscheinung an sich. Man macht sich lächerlich mit einer Frau, mit Bart, wenn man die als Repräsentanten für ein Land in ein anderes Land schickt. Andere kritisierten, dass man sie einfach so als Vertretung Österreichs bestimmt hatte, quasi ohne das Volk zu befragen. Doch von Auftritt zu Auftritt auf den internationalen Bühnen wurde irgendwie mehr und mehr klar. Conchita-Wurst ist ein Phänomen. Selten hat ein österreichischer Song-Kontest-Teilnehmer derart viel Aufmerksamkeit bekommen wie der heurige. Um Conchita-Wurst herrscht international ziemliches Griss. Und dann geschah etwas, das man so nur schwer vorhersagen oder gar planen kann, überhaupt wenn viele so unterschiedliche Länder an einer Sache beteiligt sind. Conchita wurde zum Symbol. Gegen Ausgrenzung und für Toleranz. Mit stürmischen Applaus empfangen, noch bevor sie einen Ton gesungen hatte. Dass ihre Performance dann obendrein noch spektakulär war, dürfte das Tüpfelchen auf dem I und der Grund für ihren Sieg gewesen sein. Conchita-Wurst gewinnt nach 48 Jahren den Song-Kontest für Österreich und stürzt ein ganzes Land in den Freudentaunel. Die eine früher, den anderen nicht sofort, aber mindestens genauso heftig. Jetzt hat uns die kein Schaß gemacht. Wobei ich finde, ich war gestern zu wenig emotionell. Ich habe mir dann gedacht, freieinig fälligst, aber ich war so geplättet. Dafür habe ich heute hier schon dreimal geplättet. Conchita-Wurst wird das Jahr 2014 jedenfalls nie vergessen. Das ist das offizielle Sieger-Interview. Ich weiß nicht, was wir daraus machen werden, aber so ist es auch schön. Das Jahr, in dem sie zur Königin von Europa wurde. Hier wurde mein Traum erfüllt und das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Conchita, wie oft, kannst du dich erinnern, hast du mitgezählt, wie oft hast du seit dem Songcontest-Finale diesen Song jetzt schon gesungen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und ich bin aber immer noch so kritisch, als würde ich ihn das erste Mal singen. Diese Situation damals, dieser Moment, den wir alle gesehen haben, hast du denn überhaupt bewusst miterlebt? Oder schaust du dir das auch dann im Fernsehen und denkst, ja Wahnsinn, das bin ja ich. Ja, tatsächlich geht es mir so und um ehrlich zu sein, habe ich mir diese ganzen Erinnerungen an diesen Abend nur künstlich wieder aufgebaut. Aufgrund von TV-Ausschnitten und YouTube-Videos. Aber ich selbst kann mich durch meine Augen eigentlich nicht mehr daran erinnern. Echt? Schade, war ein schöner Moment. Danke. Im Vorfeld hat es wahnsinnig viel Kritik gegeben. Erinnern wir uns, das war auch ein Teil des Jahres 2014. Du bist am Anfang wahnsinnig heftig kritisiert worden. Haben wir auch heute schon gesehen. Cido, charmant wie immer, hat da ziemlich hingehauen und gemeint, das wird nie was. Irgendwann einmal kam dann doch der Moment, wo du dir das alles nochmal vor deinem geistigen Auge Revue passieren hast lassen, wo sich eine gewisse Genugtuung eingestellt hat, oder nicht? Ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben Genugtuung empfunden, auch jetzt nicht, weil ich habe ja nicht für die Leute gesungen, um ihnen was zu beweisen, sondern um mir einen Traum zu erfüllen. Und da bin ich, tut mir leid, zu egoistisch, dass ich da auf jemand anders hören würde. Nichts dabei in Kopenhagen war auch, wir nennen ihn intern den Mr. Song Contest. Niemand kennt sich da besser aus, das ORF Andy Knoll. Und der war, glaube ich, auch sehr überrascht, wie wir alle. Und jetzt kommt er, Andy Knoll, mit einer Überraschung für dich. Guten Abend. Hallo, Andy. Hallo, Andy. Hi. Hallo. Servus. Grüß dich. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk mit, glaube ich. Äh, aha. Weihnachtsgeschenk macht man erst am 24. auf, aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck, diese Sache hier. Ich glaube, wir machen es gleich auf, oder? Was auch immer du sagst, ich habe keine Ahnung. Könntest du, es ist, äh, etwas Rechteckiges, offensichtlich. Ein Buch, eine CD? Es könnte, genau, ein Klassiker, eine Krawatte. Ich weiß nicht, ob du sowas trägst. Selten. Möchtest du es aufmachen? Ähm, ja. Mach einfach ganz gewalttätig. Zieh irgendwo. Es ist schön, dass du mir hilfst. Es ist einmal auf, hierfür. Sehr gut. Es dauert uns zu lange. So. Das ist, liebe Conchita, die Platin-Auszeichnung für Rise Like a Phoenix. Für die Verkäufe deines Siegertitels hier in Österreich gibt es Platin. Unfassbar. Vielen Dank. Jetzt habe ich endlich eine Antwort darauf, wenn mich jemand fragt, ob ich weiß, wie gut sich Rise Like a Phoenix verkauft hat. Ähm, unfassbar. Haben sich ganz viele tausend Menschen downgeloadet, legal und die CD gekauft. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einer dieser Momente, wo ich nicht weiß, wie ich jetzt reagieren könnte. Außer, dass ich mich wahnsinnig freue, aber mir irgendwie die Worte fehlen. Andi. Kannst du dich, Conchita hat gerade erzählt, sie hat das sozusagen gar nicht mit ihren eigenen Augen erlebt, diesen Moment damals. Kannst du dich noch erinnern, was damals alles passiert ist in dieser Nacht in Kopenhagen? Nicht wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich weiß nur, die Nacht war kurz. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten geschlafen, weil das dauert ja ewig, bis du aus der Halle draußen bist. Da kommt dann eine Pressekonferenz. Es war, glaube ich, drei in der Früh. Dann sind wir in den Euroclub, da hast du den Song nochmal gesungen. Und um sieben ging der Flieger. Dazwischen habe ich versucht, kurz zu schlafen. Und es sind Momente passiert, wo, glaube ich, du nicht mal mehr weißt, was da alles war. Es gibt Programmhinweis. Heute im Anschluss an diese Sendung gibt es was Neues. Und dann gibt es eine Dokumentation auf den Schwingen des Phönix. Da gibt es noch nie gezeigte Bilder. Also die Bilder, die wir alle schon gesehen haben, nicht genug kriegen können davon. Aber auch solche, die du noch nicht gesehen hast. Und da sieht man so ein bisschen, was da alles passiert ist in dieser Nacht. 23 Uhr 25 Uhr ORF 1. Conchita auf den Schwingen des Phönix. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da hinten haben wir auch eine kleine Stellage, damit es mal schön steht. Ich nehme das Altpapier mit, sagt die Oma immer bei den Weihnachtsgeschenken. Danke, Andi. Ich stelle das da. Andi Knoll, meine Damen und Herren. Und dich, liebe Conchita, lassen wir jetzt nicht gehen ohne deinen neuen Song. Ja, für den es dann hoffentlich auch Meißeltoft bald Platin geht. Hier ist Conchita Wurst mit Heroes. Und dich, liebe Conchita, lassen wir uns. Und dich, liebe Conchita, lassen wir uns. We could be heroes tonight And when the hearts break loose And our love is like a battle cry We could be heroes We could be heroes tonight I feel it like a surge running through my veins Just kiss me and revive this love again We could be dancing in the eye of the hurricane They can never break us They can never break us No more So don't let go We can be so beautiful Listening to the sound of silence So let the walls come down And the colors light up the sky We could be heroes We could be heroes tonight And when the hearts break loose And our love is like a battle cry We could be heroes We could be heroes Tonight You and I Love is like a battle cry Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Oh, Elke Lichtenegger, Thomas Morgenstern, Sandra König ist hier, unsere beiden Polizisten, Nassar, Gabriel Kuhn, Gernot Kulis. Meine Damen und Herren, das Jugendwort des Jahres 2014, das Selfie, das mache ich jetzt gleich. Machen wir Ihnen ein Handy rausfischen. Ihnen darf ich ganz, ganz herzlich Danke sagen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch im Namen des gesamten Teams eine schöne Zeit, bis das Risky kommt, aber vor allem alles, alles Gute für 2015. So, und jetzt alle zusammen bitte, weil ich muss euch draufkriegen, ja? So, alle zusammen hinter mir, alle zusammen, 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 zusammen. Danke! Und foto!